Hey, diese Ausgabe des KAPI-Podcasts wird hier präsentiert von der Caravan Welt Nord. Verkauf, Vermietung, Service und Individualisierung von Wohnwagen und Reisemobilen aus kompetenter Hand. www.caravan-welt.de Ein herzliches Willkommen zum KAPI-Podcast. Maurice Kaulbach, Marian Sura und Peter Schwedus nehmen euch mit bei ihrem ganz persönlichen Trash-Talk aus der Szene. Euch erwarten aktuelle Themen, Produkte, Tipps und vieles mehr. Wer jedes Wort auf die Goldwaage legt und kein Niveau-Limbo tanzen kann, der ist hier falsch. Das Ganze ist nicht immer bitter ernst, dafür mit viel Leidenschaft und einer großen Portion Humor. Stellt euch ganz einfach vor, ihr sitzt mit den dreien zusammen beim Angeln, lehnt euch zurück, öffnet ein Bierchen und hört den dreien zu. Und jetzt, Mikro frei für die drei KAPI-Tele. Ein herzliches Willkommen zum KAPI-Podcast. Mein Name ist Peter Schwedus. Mein Name ist Maurice Kaulbach. Und hier ist Marian Sura. Buongiorno Adorno. Einen wunderschönen guten Abend, die Herren. Hey, wie geht's? Volker 71, ey. Boah. Boah. Die Nachwehen von Magdeburg haben wir überstanden und überlebt. Ich hab hier noch so eine Nachwehe bei mir stehen, zu meiner Rechten. Und zwar noch einen leckeren Draguner Radler. Also ein schöner Schwedus aus Dragun, den werd ich mir jetzt öffnen, zu unserer 71. Folge. Meine zwei illustren Freunde. Was habt ihr denn da so anzubieten als Befeuchtung der Kehle? Also ich hab vor diesem Draguner auch noch einen Pilz im Kühlschrank stehen. Vielleicht dann für gleich mal nach der Pause. Ich hab jetzt erstmal ein schönes, kaltes Bex. Der Schlüssel zur Welt. Dabei haben wir so viel von Draguner Bier. Ich glaub, das reicht für die nächsten zwei Generationen von unserer drei Familien. Es steht auf jeden Fall einiges noch bei uns auf dem Lager davon, ja. Also ich bin heute Fahrer. Ich hab nur Cola und Sprudel. Sogar Cola Zero, das ist ja noch schlimmer als Radler. Nee, nee, das geht schon klar. Also jetzt aber mal ein Punkt. Weil Cola Zero geht voll klar. Ist doch Cola Zero, oder? Ja. Ja, aber Cola Zero. Ja, was denn? Ist kein Freeway. Das ist Freeway Zero. Ja, ja. Freeway Zero. Ja, klar. Mit Raumtemperatur. Boah. Wenn der kleine Marian zu viel Zucker nach 8 Uhr trinkt, kann er nicht mehr schlafen. Das ist bei unseren Kindern genauso. Der Marian trinkt jetzt extra mal eine Cola vom Podcast, weil er ist ja eigentlich gleich schon zu Bett geht seit dem Hause Surah. Und da pusht er sich noch ein bisschen, ne? Gleich wird er hippelig. Ja, kein Zucker, aber das Koffein, ne? Ja, ja. Genau. 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 Ja, Jungs, was liegt an? 71. Folge. Jungs, ey, wir machen den Scheiß jetzt. Jetzt schon seit über drei Jahren. 71 Folgen haben wir jetzt hier in die Mikrofone geballert. Ich hab wirklich in den letzten Tagen mal so die Folge 1, 2, 3 mal wieder gehört. Und das ist schon krass. Ja? Ja, 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 ja. Wobei? Ich hab das echt mal gehört. So, im Autofahren. Ich hatte irgendwie nix zum Hören. Und dann hab ich einfach mal gedacht, weißt du was, jetzt hör ich mir einfach mal die erste Folge an. Und was echt geil war, wie oft wir uns in der ersten Folge rechtfertigen, dass wir einen Podcast machen. Rechtfertigen oder erklären? Ja, das sind nochmal zwei Paar Schuhe, ne? Ja, das ist, also ich sag mal, das ist eine Hängepartie zwischen Rechtfertigen und Klärbär. Okay. Aber es ist schon, ich hab immer gedacht so, Alter, wir machen einfach, was labern wir denn da? Also das ist schon ganz lustig. Ja, es war ja auch alles sehr neu, ne? Aber, wenn man jetzt sieht, dass die 75. gar nicht mehr so weit, ähm, so weit vor der Tür ist, kann man mal auch so langsam überlegen, was wir da treiben, ne? Das ist das nächste Jubiläum. Muss man das nochmal angefangen lassen. Wieso ist denn 75 ein Jubiläum? Hä? Ja, immer. 25, Digga. Was ist los mit dir? Alter. Ach so. Ja, gut. Wenn man so, ja, wenn man so, ja. Ja, ja. Das wirst du nicht erleben. Ja, nein. Ich dachte jetzt nur so, okay. Alter, jede Folge ist ein Jubiläum. Nein, aber 25 sind doch die Schritte, in denen man Jubiläen rechnet. Okay, 50, ja, 75, okay. Aber warum sagst du denn, du hast nichts zum Hören? Hörst du denn nichts Alternatives im Podcast-Sektor, im schuppigen Karpfen-Bereich? Ja, wenn ich beim Autofahren bin, dann muss ich schon was hören, wo ich nicht bei einschlafe, weißt du? Ja, das ist wichtig. Ja, das ist richtig. Das ist wichtig. Also ein bisschen Karpfen-Radio, ein paar alte Folgen höre ich mir an und dann, dann hab ich gedacht so, weißt du was, ey, dann höre ich mir nochmal die erste Folge Karpfen-Podcast an, ne? Weil irgendwie wollte ich doch was Lustiges hören. Aber ist doch geil. Ich hab mir auch... Ja, ja, Entschuldigung, mach mal ruhig. Ist schon ein bisschen her auch, ich würde sagen, ein paar Monate, hab ich die 25. nochmal angehört. Nicht alles, aber so ein paar Ecken so, ne? Wo ich wusste, dass die gut sind. Da hab ich auch nochmal reingehört. Und die 10. auch. Das war irgendwie nochmal so mit so ein bisschen Abstand dazu. Sehr amüsant, muss ich sagen. Aber die erste ist peinlich mittlerweile. Nein, peinlich. Meinst du, ne? Voll peinlich. Da muss ich auch nochmal reinhören. Wirklich peinlich. Der Sound, wie der Sound, der ist so scheiße. Ja gut, der ist so kack. Könnt ihr euch ja dran erinnern, wie wir da am Laptop gehockt haben? Jeder und ey, das war das... Ja gut, da haben wir auch, das Aufnahmesystem war auch noch ein bisschen komplizierter. Wir hatten andere Mikrofone und so, ne? Aber inhaltlich war das doch... Aber inhaltlich ging das doch bei der ersten. Hab ich zumindest so in Erinnerung. Ist jetzt auch über drei Jahre her. Ja, aber... Das war was wie ein Vorstellungsgespräch. Ich hör mir das nochmal an. Ich hör mir das jetzt bald nochmal an. Marian, du auch. Aber wisst ihr, wisst ihr noch so grob, wie viele Folgen wir in die Tonne treten mussten, weil die Aufnahme irgendwie weg war oder so? Ja, eigentlich zwei. Also einmal hat das Programm, das weiß ich noch, das haben wir nicht gemerkt, dass das nach zwei Stunden einen neuen Loop macht. Dann war das alles weg. Boah, das war so schlimm. Und einmal war irgendwas nach dem Speicher weggeflogen. Irgendwas war nochmal ein Speicherfehler, meine ich. Ja, eine Spur hat gefehlt. Ja, irgendwie war eine ganze... Ja, irgendwas war, ne? Genau. Auf jeden Fall war es immer wegen Sura. Nee, nee, nee. Ich wollte es gerade sagen. Das war nicht immer wegen mir. Das war auch einmal, meine ich, wegen dir. Nee, zweimal war wegen dir. Also zweimal... Aber da hat er aber schnell gerechnet. Ach, keine Ahnung. Ist doch egal. Auf jeden Fall echt lustig. Ich weiß noch, wie wir da gesessen haben. Oh, eine Stunde und so und so. Und jetzt hängen wir hier und machen immer über zwei Stunden, ne? Aber wir wollen ja nicht in Erinnerung schwelgen. Wir sind jetzt hier und heute ist eigentlich auch eine besondere Folge. Wir haben einen Gast, eine Dame, ne? Die wird nachher zu uns stoßen. Mhm. Die... Wir sagen, wir sagen, wir können einfach mal abwarten. Kommt eine Dame, ne? Kommt zu uns. Sophia Tomala ist im KPI-Podcast. Stell dir mal vor, wie krass wär das denn? Megan Fox. Aha, wie krass wär das denn? Also, herrlich. Danach könnte ich in Rente gehen dann auch, glaub ich. Aber apropos Frauen im Podcast und Megan Fox, ne? Unser Kumpel Marcel Wirtz, der Geschäftsführer von... Keine Überleidung. Aber jetzt wollte ich gerade sagen, Peter, jetzt erklär mir mal... Jetzt hast du es mal weiter hergeholt, ey. Jetzt wollte ich gerade sagen, wie kommt das jetzt irgendwie zusammen so? Also, ich hab... Nein, das ist nicht einfach... Ich muss mich jetzt... Jetzt muss ich mich rechtfertigen. Also, Marcel ist wirklich ein bisschen verzweifelt. Und zwar hat er uns gebeten... Du hast noch nicht gesagt, von wem? Was? Du hast noch nicht gesagt, von wem? Also, wer war es von wem? Du hast doch gesagt, unser Kumpel Marcel. Ja, ja, pass auf. Kommt ja, kommt ja. Marcel Wirtz von Car Brothers, ist der Geschäftsführer von Car Brothers, ein bisschen verzweifelt und hat angerufen, hat gefragt, ob wir nicht mal im Podcast das ansprechen können. Und das fällt mir gerade voll schwer, das irgendwie in unserem... Ja, wir sind ja sehr intuitiv in unserer Vorgehensweise, das irgendwie einzubauen. Deswegen hab ich jetzt so eine extrem gute Überlage hingelegt. Aus Megan Fox, ja? Hast du die Brücke geschlagen? Okay, ja, klar. Macht Sinn, klar. Nee, also, wir müssen unserem Freund und Marian, dein Schulfreund sogar noch, ne? Oder? Nee, nicht schwul, schul. Nee, nee, Schwulfreund auch nicht. Aber wir, Marcel von Car Brothers und Stefan von Car Brothers, mit denen war ich zusammen in der Jugendgruppe, Angelfrein. Mit denen hab ich angefangen zu angeln. Also ungefähr dein, dein Alter? Dein Alter. Bisschen Alter. Bisschen Alter. Bisschen, bisschen, ne? Kein bisschen Alter. Peter macht doch nicht nur eins, der Überleitung, dein Deutsch sitzt auch perfekt heute bei dem. Ja, ja, irgendwie bin ich so ein bisschen... Ich hab ein bisschen Gehirnzellen am Wochenende gelassen. Ja, auf jeden Fall, also Car Brothers extrem gewachsen. Wir waren ja vor zweieinhalb Jahren. Nee, doch, zwei Jahren. Ja, 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 doch. Das ist so lange ja schon. Zweieinvierteljahren, Dezember 2022 war das, oder? Mhm. Oder 2021? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall waren wir ja bei denen im Ladenlokal, die Eröffnung. Und das Teil platzt aus allen Nähten. Also die suchen händeringend eine Immobilie, die sie Mieten kaufen oder sonst was können. Im Raum? Im Aachen. Im Aachen. Oder geilen Kirchen in der Nähe von Poppenhausen. Nee, im Raum Aachen auf jeden Fall, ja. Also falls einer irgendwie was weiß, meldet euch gerne. Aber ich fände eine Immobilie in geilen Kirchen schon ganz cool. Ja, neben Puffendorf. Schon geil in geilen Kirchen. Puffendorf heißt das nicht Poppendorf? Puffendorf. Nee, Puffendorf haben wir hier noch. Und das Außenlager ist in Darmstadt-Wixhausen und es sitzen noch zwei im Homeoffice in Hodenhagen. Ich hätte hier um die Ecke auch noch Breitscheid anzubieten. Das verstehe ich jetzt nicht. Breitscheid. Ach so. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, das ist klar, Peter. Nee, also jetzt war Spaß beiseite. Also wer da irgendwie vielleicht, keine Ahnung, zufälligerweise irgendwas weiß, bitte einfach bei Marcel melden. Ihr habt es hier gehört. Also da würdet ihr wirklich den Jungs einen riesen, riesen Gefallen tun. Ja, offensichtlich nicht so einfach. Nee. Er meinte, er wäre schon länger auf Versuch, hat er gesagt, ne? Ja, ja. Also nach einer Immobilie. Ja. Das sucht er auch immer gerne. Ja. Schön. Schön. Aber, aber apropos suchen, du hast ja einen Besuch gemacht, Mariam. Ha, 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 ha. Hä? Der war gut. Der war gut. Der hat ja mal eine Überleitung hier. Die? Die war gut. Wenn ich nichts kann, Überleitung kann ich auch nicht. Jede zweite ist gut. Jede zweite. Jede zweite ist gut. Du weißt, jede zweite von einer. Ja. Ja, also Besuch. Tatsächlich war es so, dass jetzt, wo ich ja nicht mehr im Raum Aachen wohne und nicht mehr mal eben halt zu den Jungs von Carpressers fahren kann, ich jetzt hier bei mir im neuen Wohngebiet auch mal geschaut habe, so okay, was habe ich hier noch für Angelläden, die ich mal abklappern kann. Und hier bei uns direkt unmittelbar im Ort gab es einen kleinen Angelladen, der schließt aber jetzt. Und der hatte halt auch, ehrlich gesagt, wirklich, ja, nicht viel zur Auswahl. Und dann habe ich irgendwann mal geguckt, ich dachte so, ja, der Successful Bates, der ist doch gar nicht, glaube ich, so weit weg von hier. Der ist doch auch hier irgendwo in der Ecke. Und habe dann gesehen, dass das nur 25 Minuten weg sind. Und da dachte ich, komm, geil, fahre ich mal den Christian besuchen, das ist ja gleich ums Eck. Und dann habe ich das jetzt vor ein paar Tagen gemacht. Ich habe gedacht, komm, ich brauche hier noch ein paar Sachen und gucke mir das Ganze da mal an. Ja, und was soll ich sagen? Ich war wirklich baff von der Größe dieses Geschäftes und vor allem dieser Produktion, die die da haben. Aber was wirklich schon wirklich geil war, ich rolle auf diesen Parkplatz, mache den Motor aus, mache die Türe auf und rieche sofort Futter und Boilig. Das war wie beim Helmut, ne? Das war so krass. Das war alles nach Boilig gerochen, ey. Wirklich, ey, wirklich. Du machst die Autotür auf und riechst sofort Boilig. Das war so geil. Das war so geil. Und bin dann halt in den Laden rein und habe dann auch einen Christian da getroffen und kurzes Pläucherschen gehalten. Und der sagte dann, ja, komm, ich mache uns einen Kaffee. Okay, aber in der Zeit zeige ich dir hier gerne mal alles und so. Ich dachte, ja, geil, super. Ah, cool. Gucke ich mir natürlich super gerne mal an, als jetzt hier nur, ich sag mal, den, in Anführungsstrichen, den Angel laden. Sondern wenn ich hier auch die Möglichkeit habe und Christian die Zeit hat, mich mal hier so rund zu führen, mal ein bisschen was zu erklären, super gerne. Und also, völlig, völlig verrückte Dimension. Also, das ist natürlich eine Größenordnung zu Sex for Bates. Ist einfach gigantisch, was die da halt für eine Produktionsstätte halt haben, ne? Und ich habe mich dann wirklich mal so durch die ganzen einzelnen Stationen geführt. Also von, ich sag mal, Warenein- und Ausgang bis hin dort, wo die ganzen Zutaten, halt die Mixe, gemischt werden, wo die Mischer halt stehen, ne? Dann halt in die Produktion, wo die Beulis gerollt werden, dann halt in die Trockenräume, in die Verpackung. Und das mal zu sehen, wie professionell das aufgebaut ist in dieser Größenordnung, das fand ich schon wirklich sehr beeindruckend. Weil ihr müsst euch vorstellen, da kommen halt Einzelzutaten, Einzelfuttermehle in Säcken, wo halt eine Tonne drin ist. Also Big Bags auf der Platte direkt. Ja, so, ne? Und ich sag mal, wenn du sonst nur, weiß ich nicht, früher von der Wassersportzentrale irgendwie die Boil-Demix gekauft hast und hast da so deine ein Kilo Casein- oder Lactalalbumin-Tüten da irgendwo im Regal gehabt, weißt du, ein bisschen Maismehl und stehst dann halt vor so einem Sack, wo einfach eine fucking Tonne, eine Tonne Fischmehl oder so vor dir steht, das war schon, das war schon wirklich, wirklich abgefahren, ja. Und auch die Produktionsstraße fand ich zum Beispiel, das hat mich sehr gewundert, hab ich mir größer vorgestellt? Also jetzt nicht, dass ich damit meine, irgendwie total klein und mickrig, aber... Aber du sagst immer, dass du dir das größer vorstellst. Willst du der Maren irgendwie eins auswischen, dass du das ständig über andere sagst, weil die das ständig zu dir sagt, oder was? Beim Helmut war es auch nicht ausreichend. Digga, was soll da passieren, Alter, so? Wie viele Roller soll da nebeneinander stehen? Was denkst du denn, ey? Da fahren vier 40-Tonner hin und her, oder was? Ja, aber jetzt mal trotzdem, also weißt du, wenn du Fischfutter in der Größenform produzierst, dann hätte ich schon gedacht, dass wir davon mehr als einer Beulichstraße reden. Weil für mich, ich hatte ja zum Beispiel auch gar keine Vorstellung, okay, wie läuft so eine Produktion? Und er hat mir das halt auch erklärt, dass die ja wirklich tageweise erstmal dann gucken, okay, was muss oder was wird halt am Folgetag oder am heutigen Tag halt produziert, so. Und ich hab wirklich gedacht, so eine große Firma wie halt Successful Bates, dass die da echt irgendwie mehrere Maschinen quasi, die gleichzeitig laufen haben. Aber dem ist halt nicht so. Und das fand ich halt krass, dass es halt so gut getaktet und getimt ist und vor allem halt logistisch aufgebaut ist, dass die trotzdem jederzeit alles irgendwie anbieten können. Und das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht, ne? Ja, dann auf jeden Fall, wie gesagt, rundgeführt und ein paar Mitarbeiter noch kennengelernt, war super nett. Hab mir auch viel von den Produkten mal gezeigt und die hatten ja jetzt gerade da auch so eine Online-Messe und ja, war wirklich verrückt. Also war wirklich verrückt, was da wohl abgegangen ist. Und dann sind wir halt weiter in den ganz normalen Laden rein. Und das war zum Beispiel auch wirklich richtig, richtig cool. Ey, ohne Scheiß, wisst ihr, so Online-Verkauf und Online-Bestellen ist einfach und geht schnell und man hat so mit nichts was zu tun. Aber ich muss trotzdem sagen, so dieses Gefühl, einfach in einem Angeladen zu sein und durch einen Angeladen zu schlendern und irgendwie alles zu gucken und dann gegebenenfalls sich was auszusuchen, mitzunehmen, ist so viel cooler, als einfach online irgendwie zu bestellen. Und vor allem, wenn du einen Laden hast, wie jetzt auch beim Heimanns, der hat da hinten halt so eine kleine Ecke gehabt, so eine Korner-Ecke mit so einem Hochtisch und mit so Hockern und Kaffeemaschine und da war ganz viel altes Deckel. So, da waren alte Bissanzeiger, hat er da oben auf dem Regal gehabt, so alte Fox-Swinger und jede Menge alte Patches und auch vom Christian noch so ein Kamu-Hemd irgendwie aus den 80ern, 90ern mit alten Patches drauf. Wollt ihr mal ein Aufnäher drauf? Ja, 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 hat er da. Wie so eine Heavy-Metal-Kutte. So eine M65, eine M65-Jacke. Diese Tarnjacke, genau, in dem US-Fleck-Tarn. Ja, so. Und dann hat er da überall, hat er Pokale von seinen Match- und Stipp-Angelmeisterschaften. War der vorher Matchangler oder was? Ja, sehr erfolgreich. Also wirklich sehr, sehr. Der hat auch, glaube ich, irgendwie eine Browning-Trophy-Cup oder sowas irgendwann gewonnen. Ich weiß nicht, kriegt das jetzt gar nicht mehr zusammen. Aber sehr, sehr, sehr wohl guter und begnadeter Friedfischangler. Aber dann auch noch ganz lustig, hat er von jedem Menge Messen aus den letzten, ich glaube, mittlerweile gibt es Successful, jetzt 28 Jahre, die Eintrittskarten. Auch Braunfels 92 noch die erste Eintrittskarte. Alles hing da. Wie geil. Ein Schrein. Ja, ja, wirklich ein Schrein der Erinnerung. Richtige Nostalgie-Ecke. Und das war halt geil. Das ist halt geil. Und vor allem, weißt du, wenn du dann in so einem Angelladen bist und du hast nicht nur, ich sag mal, moderne Sachen zu sehen, wie jetzt halt zum Beispiel auch so eine Anlage und so da, wie Futter produziert wird oder halt auch so die Firmen, die er da im Laden hat, wie jetzt Corda, Nash, Fox, Tracker, Aqua und so, das hat er ja auch alles da. Aber so eine kleine Nostalgie-Ecke, wo du einfach ein bisschen abhängen kannst, ein bisschen quatschen kannst, so wenn die Zeit da ist, das fand ich schon wirklich geil. Und das war wirklich so, wo ich gedacht hab, ey, einfach in so einem Angelladen fahren ist einfach super. Ja, Christian hab ich ja damals am Orient kennengelernt, ne? Klar, wo sonst? Mit Kevin Maddox und Hatschi zusammen. Ja, ja, mit Kevin Maddox, Hatschi und allen anderen noch zusammen. Nein, Quatsch. Aber interessanterweise war ich, ich war, ich glaub, er müsste so 94 gewesen sein, ja, also ich hatte schon einen Führerschein. In Flotho auf der Messe, ich mein 94, ich bin mir nicht ganz sicher. Und da hat er auch einen Stand gehabt, ich glaub, das war so sein erster Stand mal auf einer Messe, soweit ich weiß. Also, Christian, falls du zuhörst oder Tammo, verbessert mich, aber es müsste so um den Dreh gewesen sein. Und da hat er so seine ersten Bulli-Tüten verkauft, ey, Successful Bates, ja. Wahnsinn, lange her. Ja, das ist wirklich lange her, ja. Weil ich auch total noch gefeiert habe, was geil war. Er hatte auch noch an einer Wand, hatte er... Aber obwohl, ich muss mich verbessern, Entschuldigung, Marian, Entschuldigung, dass ich unterbreche, wenn du, was hast du gesagt, 28 Jahre? Ja, ich meine, dass er gesagt hat, jetzt Successful Bates gibt's jetzt 28 Jahre. Ja, okay, da muss er 96 gewesen sein, er war 96, da brauchen wir gar nicht lange gucken, da muss er 96 gewesen sein, ja. Passt. Aber was ich sagen wollte, der hatte da in einer Wand, hatte er unten, hatte er noch so ein paar, so Kramkisten, so wo so alles so ein bisschen reinfliegt. Ah, alte, schöne Bühnboxen und sowas. Super, super. Drennen-Haken, dann noch auch ganz viele alte Fox-Sachen, wirklich noch mit den Uralt-Verpackungen, so von den Mikronen, noch irgendwelche, ähm, 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 von den Sounder-Boxen, noch Kabelverlängerungen und sowas. Boah. In den Mikrons. Dann unter anderem auch von Chubb, kennen glaube ich die beiden, oder viele hier gar nicht mehr mittlerweile die Marke, hatte der dann noch so eine Bits-Bag-Tasche und, ah, todesgeil, so eine Kramkiste. Wir haben auch, bei uns gibt's, äh, auch in der Nähe von Aachen gibt's noch Leos Angelmarkt, der hat glaube ich schon seit 25 Jahren, hat der ein Fischkorn-Rodpott in seinem Laden stehen. Ach komm. Ja, wirklich. Also, das ist ausgewieschen. War das auf den, auf der Fox-Verpackung. Wird der niemals verkaufen. Marian, auf der Fox-Verpackung stand wahrscheinlich noch Foxer Innovators noch drauf, ne? Ist die so alt gewesen? Das war auf jeden Fall noch die Verpackung mit dem Grüne, diese Grünen mit Silber oder so war die. Aber auch diese, diese Drennan-Continental-Boilyhooks, davon noch eine Rumpf, der hat dann auch eine Rumpf. Da hab ich auch mit geangelt, wo ich angefangen habe. Da hab ich auch viel mit geangelt, ey. Erst mit den Schwarzen, mit den Boilyhooks, dann kamen die Continental raus, die waren so ein bisschen Silber, ne? Ein bisschen dicker. Ja, ja, ja. Mega. Total, total cool. Ja, so war das natürlich geil, ne? So. Nein, auf jeden Fall super nett. Und ich war bestimmt auch, weiß Gott, so anderthalb Stündchen oder so, zwei Stündchen war ich bestimmt da. Man verquatscht sich dann halt auch, ne? Test den Kaffee, tü-tü-tü, bisschen hier, auch guck mal hier und dat und ach geil und war wirklich schön. War wirklich cool. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Cool. Schön. Schön. Auf jeden Fall. Ja. Ich hab mir drei Hänger, drei Hängerschen hab ich mir gekauft, drei neue. Was denn? Ich hab mir diese orangenen, kleinen Oldschool-Farben von Fox geholt, ein Dreierset. Also nicht diese durchsichtigen, sondern dieses Oldschool-Orange. Die hab ich mir geholt. Ah, okay. Ich hab grad rumgedreht, um zu gucken, ob sie hier liegen. Ich hab ja nämlich auch, ich hab auch drei orangene Fox-Bobbins. Und dann, und dann sagst du, dass meine blauen hässlich sind? Bist du da? Mä, jetzt pass auf. Das hat, das hat, das hat, man schwere, das verkehrt's mich da. Das hat doch einen Hintergrund. Ich hab doch die Roter Power-Bissanzeiger. Die ganz alten. Ach so. Und die Roter Power, die haben ja auch so ein orangenes Schnurlauf-Röllchen in diesem Oldschool-Orange. Und die Bobbins haben halt dasselbe Orange wie dieses Schnurlauf-Röllchen. Und ich bin da halt ein bisschen wie ein Autist. Boah, Alter, du bist Monk. Echt? Ja. Sehr gut. Alter, was ist mit dir ein Monk? Aber Maui, zeig mal welche. Nee, ich hab mich umgedreht, die Ding ist hier. Die lagen letztens hier, ich hab dir irgendwie in den Keller geräumt. Heißt die Donkey-Bobbins oder so? Donkey, ja. Aber ich muss sagen, ich hab mir die schon ein bisschen länger, ich hab jetzt nochmal neue geholt. Weil wenn mir oben diese Schnurklipse wegfliegen, die kleb ich jetzt fest. Verliert man ziemlich schnell, ne? Ja, ich kleb die jetzt fest mit Sekundenkleber, jetzt ist Ruhe hier im Zobelhaufen. Aber ich muss echt sagen, dass ich so dieses schwarze Bankstick, schwarze Bissanzeiger, schwarze Routen, schwarze Rollen und dann dieses Orange, ich find das ist so optisch, das find ich am allergeilsten, muss ich echt sagen. So schwarz-orange, das match ich ganz gut. Ich hab die Orangenen immer viel, viel geangelt. Aber nicht die halt, sondern diese klaren, diese durchsichtigen, ne? Aber schwarze Bobbins sind auch geil, alles schwarz. Ne, ne, ich mein, alles schwarz, außer die Bobbins, die müssen halt rumsitzen. Das ist halt so mein, so mein kleiner Eyecatcher da drin, find ich richtig sexy. Wobei ich sagen muss, dass ich die ganze letzte Zeit noch die Karpie-Hänger halt von uns benutze, ne? Die Holzdinger, die sind halt auch verdammt sexy. Echt, wir haben Karpie-Hänger? Oh, die muss ich mir mal holen, ne? Ja, Peter, würde ich dir mal holen, gehst du mal auf www.karpie-online.de. Wow, wo kann ich die kaufen? Da würde ich mal, würde ich mal dann auf der Top-System gehen und dann guckst du mal, da gibt's Hänger, handgemacht hier, handgeklöppelt in Deutschland. Das ist richtig Qualität, richtig Qualität. Kannst du auf jeden Fall ruhig gerne mal kaufen, wusste ich ja jetzt auch. War schon ein komisches Gefühl, an der Kasse zu stehen und sich drei Fox-Hänger zu kaufen. Aber wisst ihr was, also unsere Hänger haben einen Vorteil gegenüber allen anderen Hängern, wenn die ins Wasser fallen, schwimmen die, weil die aus Holz sind. Siehst du mal. So, jetzt seid ihr dran. Naja, haben wir uns dabei gedacht. Aber zu Fox-Zeiten hatte ich ja die in schwarz, aber dann hab ich mir gelbe von diesen Köpfchen dazu geholt. Gelbe Köpfchen, weißt du, diese Ball-Clips. Das sah irgendwie scheiße aus. Aber vor der Zeit, das hat nicht so gepasst, oder? Nee, irgendwie war das scheiße. Ich dachte, ich wär ganz cool, aber es war scheiße. Ich will noch mal ganz kurz auf dieses Angelladen-Feeling eingehen, was der Marian eben erwähnt hat. Ich hatte ja gesagt, dass ich mit meinem Schwager mal in großen Angelladen fahre, weil der gerade dabei ist, seinen Angelschein zu machen. Und da, der ich mal so ein bisschen umgucken kann. Oder was gefällt dem hier? Korkgriff oder Geteilt oder, ne? Der ist halt auf Spinnroutensuche. Und ich sag, komm, wir fahren ja mal nach Koblenz in den großen Angelladen. Da hast du ein bisschen Reizüberflutung. Und ich war auch lange nicht mehr da. Muss sagen, der Laden hat halt ein sehr gutes Raubfisch-Sortiment. Karpfen, weil hier in der Region auch nicht viel Karpfen-Angell sind, kannst du dir fast schenken. Aber da hab ich auch selber noch mal gedacht so, boah, was da rumsteht. Und dann alles noch mal ein bisschen angrabbeln und angucken. Ist einfach was ganz anderes hier online. Gerade für ihn, der da neu einsteigt, das alles mal zu sehen. Und auch mal anzufassen, ist halt was ganz anderes, wie wenn ich den durch 15 Online-Shops leite. Und dann war immer ganz gut, um mich mal so einen Grundüberblick zu verschaffen. Und zu sehen, was ist eigentlich mein Geschmack. Also, das hab ich auch echt noch mal sehr genossen. Wir haben meinen Neffen noch mitgenommen. Wir haben uns da echt bestimmt anderthalb, zwei Stunden in dem Laden aufgehalten. Und das war schon cool, alles mal ein bisschen durchgucken. Ich finde, es ist halt auch einfach ein ganz anderes Feeling, ob ich vor so einer Wand stehe. Ob jetzt Corder, Fox Nash oder was auch immer ist. Oder Tracker oder so. Und einfach wirklich so stumpf mir diese Wand und wirklich so jedes Produkt mir angucken kann. als irgendwo einfach nur am Handy rumzuwischen und dann nächste Seite, nächste Seite oder auf dem Computer oder so. Ich sag mal, wenn du ganz genau weißt, was du willst, okay. Ja, aber um sich mal so ein bisschen brieseln zu lassen. Ja, genau, um mal zu gucken, was bietet der Marc sonst noch so. Man ist da natürlich, klar, in den Jobs bist du ein bisschen up to date mit Neuheiten und auf YouTube kriegst du was mit. Aber ich guck das auch alles nicht mehr so intensiv mir an, was da auf YouTube passiert. Und dann ist so ein Schritt in so einen Angelladen immer wieder ganz geil, ne. Vor allen Dingen, weißt du, mir geht's immer so, die Zusammenhänge, weißt du, du hast ja manche Produkte, die du miteinander kombinieren musst oder kannst. Das siehst du ja so nicht, ne. Meistens steht ja die Beschreibung nicht so, oder ist die Beschreibung ja nicht so detailliert, dass du das daraus lesen kannst. Dann ist da irgendeine englische Bezeichnung und du denkst so, hä? Ja, also anfassen. Quickshot, beat, click, look, back, und dann denkst du, was ist das? Ja, schwierig. Aber wenn du dein Angelladen in der Hand hast und dann auf einmal denkst du, ah. Ja, und vor allen Dingen hast du ja auch dann auch bei Sachen. Das ist ein Hammer, um die Heringe in den Boden zu hauen. Ja, genau. Die Anaconda, Anaconda Hammer. Die Anaconda Hammer. Beste. Und du hast einfach auch nochmal die Expertise von jemandem, der sich jeden Tag damit beschäftigt. Gerade jetzt auch, ne, wo ich hab jetzt hier zum Beispiel eine Schienkarte Karton. Ich hab jetzt zwei neue Rollen geholt von Daiba für meine Spinnrouten. Excella heißen die. Die waren am Angebot. Und ja, wenn du dann einfach nur mit einem da quatschen kannst, ne. Die haben das neue Modell, das alte Modell, der zeigt dir die Unterschiede. Das sind halt auch Sachen, das ist halt einfach geiler, wie wenn du das alles selber da im Internet rausfinden musst. So, ne. Hast ein bisschen Austausch, ist schon cool. Und man muss halt auch sagen, je nach Größe eines Shops und je nach dem, inwieweit und was er dort halt ausgestellt hat oder aufgrund der Fläche halt ausstellen kann, ist es immer so ein bisschen auch wie so ein kleiner Messebesuch. Ja. Weil du hast, ne. Definitiv. Du hast ja, du kannst dir einfach alles angucken. Und ich find wirklich, das geht so ein bisschen, geht das, glaub ich, verloren. Ja. Durch diesen riesen Online-Handel, der halt irgendwie nur noch stattfindet, ne. Und deswegen umso mehr drück ich auf jeden Fall den Car Brothers die Daumen, dass die endlich mal irgendwie ein großes, neues, geiles Ladenlokal da finden. Ein Besuch beim Heimanns lohnt sich auf jeden Fall. Und wer wirklich da in nächster Zeit mal hinfährt, achtet bitte mal drauf, wirklich, der Moment, wenn du aus dem Auto aussteigst und einfach schon. Der Flavor. Ah, ist das geil. Ist das geil. Wie entgegenschlägt. Ja, voll. Richtig gut. Ein Hoch auf gute Nachbarschaft. Genau. Genau, voll. Und das nächste Mal, wenn ich nochmal hinfahre, sag ich mal irgendwie rechtzeitig Bescheid oder so, mach mal ein Posting, vielleicht trifft man sich ja. Einfach mal auf einen Käffchen im Angelladen. Könntet ihr den Marion-Zura-Fan-Treffen? Nee, ach, um Gottes Willen. Nein, von den Farben. Einfach ein bisschen abhängen, einfach ein bisschen abhängen, auch Angelladen, ist ja super. Nee, finde ich auch geil. Wenn wir sowas hier in der Ecke hätten, würde ich das auch machen. Kann der Marion mal das Geheimnis unter seiner Haarzwiebel am Hinterkopf lüften? Ja, ja. Nie im Hals. Nie im Hals. Nie im Hals. Wenn du das öffnest, dann hört die Erdachse auf, sich zu bewegen. Also die Büchse der Pandora. Ja, ja, genau. Ist so. Da war der Marion bei Successful Base. Schön, schönen kleinen Ausflug hast du gemacht, ne? Ja, lohnt sich. Fahrt auf jeden Fall mal hin, ist geil. Macht Bock. Ist cool. Macht Bock. Macht Bock. Ja, voll. Voll. Aber Marion, by the way, hast du dich denn wieder zu Hause eingefunden? Du bist ja jetzt praktisch von der Magdeburg-Messe, warst ja kaum zu Hause, aber jetzt in den letzten zwei Wochen hast du dich ja wieder zu Hause ein bisschen eingelebt, oder? Tatsächlich ja, ich genieße es oder wir genießen es auf jeden Fall auch, soweit es geht, aber aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich jetzt so lange nicht hier waren, dann als wir zurück waren, halt der ganze Messetrubel war und so, ist halt jetzt im Moment, ist halt immer viel so, Familie, Freunde, Bekannte, Familie, Freunde, Bekannte, ja, so, muss man durch, muss man durch, aber das hat halt auch bald ein Ende und ja, tatsächlich geht es ja nächste Woche schon wieder nach Holland. Aber Marion, wir sehen uns auch morgen. Wir sehen uns auch morgen, aber erzähl mir doch, sollen wir jetzt schon mal erzählen? Wir haben ja auch noch Großes vor, ne? Wir sind, wir sind in geheimer Mission unterwegs, genau. Genau, Marion und ich treffen uns morgen früh oder morgen Mittag am Flughafen. Ja, ja, und dann hauen wir kurz ab, nur kurz, bis es flug, bis es vielleicht. Habt ihr das gerade alle gehört? Karlbach und ich treffen uns morgen am Flughafen. Aber es ist geheim, wir sind nicht lange weg, wird ein ganz kurzer, intensiver Ausflug in geheimer Mission, weil ich fliege ja nächste Woche dann schon wieder nach Lanzerote in Urlaub und der Peter haut ja auch ab. Wir sind jetzt, wir sammeln Viehfliegermeilen jetzt mal, Karpi. Ja, ja, meils, meils. Meils, 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 meils. Das mache ich schon, ne, Hunde. Ja, super. Ja, nee, aber da freue ich mich drauf. Wie gesagt, es ist wirklich geheim, wer weiß, was da am Ende mal rauskommt, aber wir beide werden eine kurze Zeit, ja, wegfliegen. Mal kurz erklären. Ich habe eben schon, ich habe eben schon so gedacht, ich drehe morgen durch, wenn ich neben dir im Flugzeug sitze, Alter. Und das Ding startet, aber Kaulbach. Und der Kaulbach klatscht bestimmt, wenn der Flieger gelandet ist. Ja klar, das machen wir so. Schwedis, Alter, bist du eigentlich, haben wir dich irgendwie zu heiß gebadet als Kind oder was? Das machen wir, klar, klatsch, Mann. Aus Respekt vor dem Kapitel. Ja, ja, ein Digga, das ist 15 Jahre her geworden, wo Respekt geklatscht hat, das macht man nicht mehr. Das ist 30 Jahre her. Weißt du, wie ich morgen klatschen werde, ich werde sogar aufstehen. Ey, dann setze ich mich von dir weg. Das ist peinlich. Ja, klar, mache ich das. Wobei ich muss sagen, wo ich letztes Mal mit meiner Schwester, Neffe, Schwager und Co. nach Menorca geflogen bin, letztes Jahr habe ich auch den ganzen Flug über mir einen Spaß draus gemacht, so zu tun, als ging der Flieger nach Malorca. Und ich muss sagen, da hatten alle Sitzreihen um uns rum richtig Spaß mit mir. So, ne, ich kann mich dann ja auch reinsteigern in so eine Nummer. Vielleicht fällt mir auch noch was ein auf dem Weg dahin, wo wir fliegen, um irgendwie das ganze Flugzeug ein bisschen zu entertainen. Boah, krass. Du bist eine krasse Moräne, ey. Ja, bin ich im Gegensatz zu dir. Ja, also, Moräne. Moräne. Das ist aber auch geiler Name. Kennst du es nicht? Komm hier, pass auf jetzt. Super Überleitung. Ich muss die Moräne zur Toilette bringen. Na, mach das. Also, wir kommen nach der Pause wieder und haben eine liebe Dame im Schlepptau. Also, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. RG-Fischfeed.de Seit 18 Jahren ehrliche und fängige Baits, die heute vom Markt nicht mehr wegzudenken sind. Bei Klassikern wie dem Knoblauchfischboili, Almighty, oder extravaganten Kreationen wie dem Leberbananeboili, Liver B, wird jeder fündig. www.rg-fischfeed.de Einfach geil angeln? Einfach alles angeln. Bei Askari. Auf www.angelsport.de findest du eine riesige Auswahl der größten und beliebtesten Marken aus dem Karpfenbereich und vieles, vieles mehr. Abonniere jetzt unsere Newsletter und profitiere regelmäßig von attraktiven Rebat-Aktionen. Askari. Einfach alles angeln. So, da sind wir wieder aus unserer kleinen Pause. Ich zähl mal durch. Maui? Jawohl. Marian? Ja. Und die Vierte im Bunde. Wen haben wir denn da? Ja, hi, ich bin die Anna Klupf. Vielen Dank für die Einladung. Hallöchen. Anna, willkommen. Ein herzliches Willkommen im Karpi-Podcast, Anna. Jetzt gehen bei den ganzen Anglern ganz viele Fragezeichen auf Anna Klup. Anna Klup, wer ist denn Anna Klup? Gucken auf Instagram. Boah, jetzt ist da wieder irgendeine Anglerin mit einem dicken Fisch. Kenne ich nicht, kenne ich nicht. Muss ich gerade folgen. Der neue Stern am Karpfenanglerinnenhimmel. Genau, genau. Die neue Claudia Dager, die zweite Babskijewski oder wie auch immer. Anna, bevor wir jetzt noch weiter über dich erzählen. Wir sehen uns auch heute das allererste Mal. Wir haben ja mehrfach miteinander telefoniert. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz was zu deiner Person sagen und warum du bei uns hier im Podcast bist. Genau, also mein Name ist Anna Klupf. Ich habe eine Teichwirtschaft in der Oberpfalz. Wir produzieren hauptsächlich Karpfen. Das inzwischen in fünfter Generation. Wir setzen eigentlich ausschließlich, muss man fast sagen, an Angelvereine ab. Also ich würde sagen, wir liefern die schönsten Fische der Oberpfalz an die Angelvereine. Hauptsächlich nach Schwaben und Oberbayern. Genau, und wenn ich jetzt nicht beruflich gerade mit Fischen zu tun habe, dann auch in meiner Freizeit. Ich mache sehr viel ehrenamtlich. Für die Young Fisherman beispielsweise oder auch für den Verband Deutscher Binnenfischerei und Aquakultur. Ja, also bei Young Fisherman, da klingelt wahrscheinlich bei einigen so ein bisschen was. Wir haben ja die große Spendenaktion gemacht mit meinen Routen. Und wie viel ist nochmal zusammengekommen? 6.700 Euro waren es, ne? Ja, genau. Und die haben wir ja, oder die habe ich ja, das ist ja über mich gelaufen, wir haben es ja nur über Karpi verbreitet, haben wir ja komplett an euch gespendet, um einfach der Teichwirtschaft, also wir Angler leben ja in gewisser Weise auch von euren Produkten, euch zu unterstützen. Und zwar hatten wir das Thema ja mit der Otterproblematik. Und da ist er über den Christian Steinbruch, der hat uns ja da connected zu dir, der hat das Thema mal angestoßen, dass ihr da ein Riesenproblem mit habt, mit den Ottern. Genau, also bei uns, wir sind in der Oberpfalz, also zwischen Regensburg und Hof, ziemlich in der Mitte. Und bei uns ist es schon so, dass der Otter hat sich flächendeckend verbreitet bei uns. Also das ist in den letzten 20 Jahren so passiert. Wir haben ihn aktuell in jeder Teichkette drin, also auch nachgewiesen mit Wildkamera. Waren die letzten Jahre, hatten wir noch Glück, hatten, um ehrlich zu sein, geringe Verluste. Wir haben aber auch Kollegen, die haben 90 Prozent Verlust, teilweise noch mehr Wertnetzenkollegen. Der hat den Winterungsteich gefischt von 1000 K2, sind noch zwei da. Das ist das Video, was ich gestern oder vorgestern noch bei Social Media bei uns auf dem Kanal noch geteilt hatte. Mit der Summe, dass der Teichwirt da sagte, von 1000 ausgesetzten Fischen haben lediglich zwei überlebt. Ja, und wir dokumentieren das relativ exakt. Das Teichbuch ist vorgeschrieben, dort wird ganz exakt dokumentiert, woher die Fische kommen, wann sie eingesetzt wurden, wie viele eingesetzt wurden. Deswegen sind es auch keine erfundenen Zahlen, sondern es ist tatsächlich oft so, dass die Verluste wirklich an die wirtschaftliche Existenz gehen. Wahnsinn, aber jetzt ist das ja so, wenn jetzt Wildschweine beim Bauern den Acker flügen und leer fressen, dann kriegen die ja so einen Schadensersatz dafür. Ist das bei Teichwirten genauso? Bei Teichwirten ist das nicht genauso. Also bei Wildschadensersatz oder auch der Schadensersatz, der beispielsweise durch den Wolf entsteht, da werden ja 100% des Schadens ersetzt. Beim Fischer ist es so, dass man meldet den Schaden, dann wird gesagt, ja, also Fische haben ja eine natürliche Mortalität. Dann wird gesagt, ja, 15% der Fische sterben an anderen Gründen. Okay. Dann wird noch gesagt, ja, je nach Gebiet werden andere Prädatoren abgezogen, zum Beispiel der Kormoran, für den kriege ich keinen Schadensersatz. Und von dem, was übrig bleibt, kriege ich dann 80%. Also wenn ich jetzt, einfach gesagt, ich habe 100 Euro Schaden, dann kriege ich knappe 60 Euro ersetzt. Auf dem Rest bleibe ich dann sitzen. Und das kann bei großen Betrieben geht es schon in mehrere 10.000 Euro Bereiche. Ich wollte gerade sagen, 40% Totalausfall, musst du auch erstmal irgendwie kompensiert bekommen. Also es schafft man ein paar Jahre, aber das Problem ist, wir haben extreme Mikrostrukturen. Also die Teichwirte in der Oberpfalz speziell, die haben durchschnittlich 2,4 Hektar. Und nach zwei Jahren, also wenn es das zweite Mal vorkommt, dann sagen die halt, ich höre auf. Weil das nimmt jegliche Freude am Beruf. Ja, gut. Stell dir mal vor, du wartest da. Du wirst am Netz da durch und holst nichts mehr raus. Ja, wartest da auf die Frucht deiner Arbeit, die du da reingesteckt hast. Das ist jetzt ja auch kein easy Job und dann hast du am Ende da, wenn du in den Stöpsel ziehst, dann die große Überraschung, dass da nichts mehr drin ist. Das macht dir schon den Spaß kaputt. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber Anna, was mich mal interessiert, ist das denn ein Phänomen der letzten Jahre oder gab es den schon immer? Weil ich bin mir gar nicht sicher, ist Otter denn so ein mitteleuropäisches hemmatliches Tier oder ist es wie ein Kormoran? Also es gab den Otter früher schon im Mittelalter. Also es ist beispielsweise bei uns war das Kloster Weißhausen sehr aktiv im Teichbau. Unser älterster Teich stammt auch aus der Zeit. Also der ist 700 Jahre alt, das ist alles sehr gut dokumentiert. Und da ist eben auch dokumentiert, dass es damals den Otter auch gab. Der war sehr begehrt, weil der hat tolles Föll, ganz dichtes tolles Föll. Ja, das wäre ja ein Grund. Deswegen wurden die letztendlich auch ausgerottet und sie verbreiten sich sehr stark von Osten. Also bei uns kommen sie über die Tschechische Republik. Okay. Und die Verbreitung kann man auch so nachvollziehen. Also sie verbreiten sich von Osten nach Westen. Also tatsächlich hatte sich gestern noch ein Bekannter von uns dreien, der Christoph Freund, lieben Gruß an dieser Stelle, hatte sich noch gemeldet, dass er jetzt sogar auch von den ersten Otter-Sichtungen in Dortmund, Recklinghausen und sowas schon gehört hat. Wahnsinn. Also schon sehr weit im Westen. Aber das würde uns direkt freuen, weil das Problem ist, dass wir erst über eine Entnahme diskutieren können, wenn deutschlandweiter guter Erhaltungszustand vorhanden ist. Achso, das heißt also flächendeckender Ärger, dann reagieren wir. Ja, das ist ein Problem mit der EU-Verordnung. Also die ist so gestrickt, dass bundesweiter guter Erhaltungszustand vorliegen muss. Und ja, deswegen, also wir Bayern sind jetzt gar nicht so böse drum, dass der jetzt plötzlich in NRW auch ist. Ja gut, dann habt ihr wenigstens eine Grundlage mal zu sagen, guck mal, was hier passiert. Ansonsten ist es so ein regionales Problem und dann ist es dann noch irgendwie kein Problem für die breite Öffentlichkeit. Genau. Aber ich meine, die Denke ist ja völlig, völlig hirnverbrannt. Sorry für den Ausdruck, aber ich meine, ich glaube, 90 Prozent der Teichwirtschaft findet ja in Bayern statt, oder? Ja, also es ist so 50 Prozent, ziemlich exakt. Also es gibt ca. 40.000 Hektar Teiche in ganz Deutschland, 20.000 sind in Bayern. Also Anna, du weißt das nicht, ich bin ein schlechter Schätzer. Die Zuhörer wissen das. Aber die Teiche in Bayern sind sehr klein. Das ist auch ein großes Problem. Also unsere haben im Durchschnitt bloß einen halben Hektar. Und da schwimmt der Otter halt in einem Zug durch. Und da haben die Fische ja keine Chance. Also in den Teichen in Sachsen, die haben 10 Hektar, 15, da können die Fische nach vorne weg. Aber das, bei uns schwimmt der durch und also selbst wenn die Fische nicht gefressen werden, dann haben die so eine Art Trauma. Also die fressen nicht mehr, die wachsen nicht mehr, die sind für uns als Teichwirte unverkäuflich. Ach krass, wir haben auch. Also dauerhafter auf den Otter zurückzuführen. Aus Panik. Ja genau, also der beunruhigt wahnsinnig. Wir hatten so ein Wärmebilddrohnenversuch. Das Bewegungsmuster vom Otter ist überhaupt nicht vorhersehbar. Also es ist nicht so, dass er nur einmal die Nacht kommt oder so. Aber wir konnten selber gar nicht glauben, wie aktiv der in den Teichen ist und wie sehr der die Fische aufwühlt. Und die fahren ja in den Stoffwechsel in den Wintermonaten stark runter. Und natürlich jede Beunruhigung führt halt dazu, dass die Fische geschwächt ins Frühjahr gehen. Und wir dann eben im Frühjahr relativ hohe Ausfälle haben. Das ist schon Wahnsinn, wenn man das so hört. Wir waren ja in Straubing, ist ja auch gar nicht so weit weg von dir. Der ist unser Köder-Sponsor, der Helmut von Bateservice Straubing. Und da haben wir jemanden getroffen, der hat uns erzählt von einem Waller. Wie groß war der? Zwei Meter? Ja, ja, so knapp zwei Meter. Eins irgendwie 97, 98, 99, irgendwie sowas. Und denen hat auch der Otter angefallen, der hat ihm die halbe Haut abgezogen? Das wurde irgendwie vom Kopf runter? Nee, genau, der hatte hinten im Nackenbereich so ein Riesenstück rausgefressen und hatte wirklich die ganze Flanke, fast bis zum Schwanz hinten, war zerkratzt. So muss sich der Otter in diesem deutlich größeren Tier halt verbissen haben. Genau, also der Otter entnimmt alle Größen, auch sehr viel Laichfischbestände, was ganz problematisch ist. Die jungen Otter sind häufig in diesen K1, K2 Teilchen drin, dass sie eben so dieses Jagen lernen. Aber man muss halt auch sagen, dass der Otter frisst jetzt nicht nur Karpfen, sondern der frisst Amphibien, sehr viele rote Listearten, also Tiere, die wiederum selbst geschützt sind. Das ist nachgewiesen. Der Otter frisst bis zu 40 Prozent Amphibien. Der räumt diese Gelege von den Bodenbrüdern aus. Das ist ein wahnsinniges Problem für die Biodiversität. Ach komm. Oh krass, auch interessant. Aber ich meine, wenn es doch an die Vögel geht, da sollte die Lobby sehr groß sein, oder? Dass da irgendwie jemand reagiert. Warum ist das denn jetzt eigentlich? Oder wieso lässt man denn diesen Otter so freie Bahn in Deutschland? Ich kann es dir nicht beantworten. Also wir haben die völlig irre Situation. Also wissenschaftlich ist nachgewiesen, dass diese Teiche Hotspots der Biodiversität sind. Also es gibt verschiedene Projekte. Wir sind eigentlich ständig mit irgendwelchen Forschungsprojekten beschäftigt, weil Teiche seit zehn Jahren das Lieblingsforschungsprojekt verschiedener Universitäten sind. Also die Wissenschaft ist einheitlich der Meinung, dass Teiche wahnsinnig wichtig sind, um diese Biodiversität zu erhalten, weil diese Stillgewässer in der flurbereichenden Landschaft, muss man sagen, die fehlen. Die Flüsse sind begradigt worden. Es gibt keine Auenbereiche mehr. Genau, und da sind Teiche eben der Ersatzlebensraum. Ah, okay, das stimmt eigentlich. Und dann gibt es auch, selbst der NABU sagt, also der NABU hat das Gutsunder, das ist im Landkreis Zelle. Das ist auch eine große Teichwirtschaft. Selbst die sagen, Teichwirtschaft muss unbedingt erhalten werden. Und auch wenn man mit Politikern spricht, was wir als Young Fischermann ja sehr häufig tun, dann sagen die auch, ja, sie verstehen das Anliegen. Und in Bayern haben sie ja schon mal den Versuch gemacht, dass man wenigstens 32 Otter entnehmen darf als Test quasi, wie das funktioniert. Aber die Verordnung wurde sofort beklagt von der Deutschen Umwelthilfe, vom NABU, mit Eilantrag. In der Hauptsache ist das nicht entschieden. Das Problem ist halt, die Betriebe hören in rausender Geschwindigkeit auf. Also die letzten fünf Jahre haben 30 Prozent der Betriebe aufgehört. Etliche sind noch so in der Schwebe. So viele? Ja. Boah. 30 Prozent? Ja. In der Oberpfalz? Ja, also ich meine, da bist du ja in zwei Jahren über die Hälfte weg von den Betrieben, ne? Ne, also innerhalb, es waren jetzt die letzten fünf Jahre, aber es wird, die, also wenn man sich so mit den Leuten unterhält, wir gehen davon aus, dass die Erosion schon fortgeschrittener ist, also dass viele zwar die Genehmigung noch haben, also die Genehmigung zum Verkauf von Fischen, dass sie das aber tatsächlich nicht mehr ausüben. Und auch, wir haben etliche Zulieferbetriebe, da wenn man im Herbst immer sagt, ja, was sehen wir uns nächstes Jahr, dann heißt es, naja, mal schauen. Boah, das ist bitter, ey. Das ist wirklich bitter. Aber vielleicht kannst du mal sagen, jetzt haben wir ja über die Problematik, über den bösen, bösen Otter gesprochen, aber so über die Young Fishermans haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen, weil das ist ja, sag mal, jetzt hätte ich beinahe gesagt, das Gewerbe an sich ist ja schon uralt, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich meine, wie du eben schon gesagt hast, der eine Teich ist 700 Jahre alt, also ich meine, Karpfen-Teichwirtschaft ist ja wirklich vor dem Mönchen her, also Mittelalter ist das entstanden, nur frühes Mittelalter, ne? Und wie kommt das denn, dass halt so junge Menschen, sage ich mal, ich kann es ja in meinem Alter schon fast sagen, sich jetzt da so engagieren, ne? Also, oder sich organisieren in den, sozusagen in den Young Fisherman. Also, letztendlich, man wächst, bei vielen Betrieben wächst man rein, also wie schon gesagt, bei, unser Betrieb ist in der fünften Generation, es gibt ganz, ganz viele Familienbetriebe, die auf so eine lange Tradition zurückblicken können, aber es gibt auch andererseits, gibt es auch wirklich so Quer, oder nicht Quereinsteiger, sondern Leute, die sagen, ich mache die Ausbildung als Fischwirt und will dann einen Betrieb übernehmen. Also, es gibt schon trotzdem Leute, die sagen, okay, das ist ein harter Job, das ist eine harte körperliche Arbeit, man wird wahrscheinlich nicht reich dadurch, aber trotzdem ist es mein Traumjob, aber es müssen schon etliche Stellschrauben einfach gedreht werden, dass man das realistischerweise die nächsten 30 Jahre machen kann. Und da sind wir jetzt momentan ein bisschen an einem Scheidepunkt, ob diese jahrhundertealte Tradition irgendwie fortgeführt werden kann, oder ob man realistischerweise schauen muss, ob man nicht jetzt gleich auf ein zweites Standbein ausweicht. Und da haben wir gesagt, ja, okay, es ist einfach auch glaubwürdiger, wenn man selbst quasi für seine Zukunft kämpft und nicht, also nichts gegen meine Kollegen aus den etablierten Verbänden, wie der Landesfischerei-Verband oder VdBA. Aber natürlich ist es glaubwürdiger, wenn jemand mit Mitte 20 oder Anfang 30 sagt, ja, ich will das machen, ich will das die nächsten Jahrzehnte machen, wie jemand, der jetzt schon 60 ist. Wie ist das denn, ist der Fisch- und Teichwirt, ist das ein ganz normaler, von der IHK anerkannte Ausbildungsberuf in Deutschland? Fischwirt ist ein Ausbildungsberuf. Genau, in Starnberg ist für Bayern die Berufsschule. Ganz normale dreijährige Ausbildung und danach kann man Meister machen. Weil man muss jetzt auch sagen, ich habe die Ausbildung selbst nicht, wegen der genannten Probleme. Also wir wissen einfach nicht, wie wir die nächsten Jahrzehnte den Betrieb fortführen werden. Genau. Okay. Aussterbender Beruf, ja. Aber ist es so krass, ich habe vor ein paar Folgen noch gesagt, das Thema wird uns noch irgendwie ein bisschen länger beschäftigen. Und ich sage, ich weiß nicht, wie viel Folgen es her ist, vier, fünf, wo man das Thema das erste Mal hat, wo ich sage, ich finde es so schlimm, wenn jemand so einen Beruf hat, für den er brennt, und dann irgendwie so sein Ding ist, und du kriegst da den Boden oder den Füßen weggezogen, ohne dich irgendwie wehren zu können. Du hast so gar keine Möglichkeit, ne? Ja. Ich glaube, das macht auch was mit einem so mental, ne? Es ist wahnsinnig belastend. Ja, das glaube ich. Weil wir natürlich nicht, also vor der Abfischung wissen wir tatsächlich nicht, wie das Ergebnis ist. So, man weiß, der Fischhörter ist da, der ist auf den Kameras. Es liegen auch vereinzelt Schuppen eben draußen. Man weiß, er ist da, aber man weiß halt nicht, okay, hat er fünf Prozent geholt, hat er 50 Prozent geholt, hat er 90 Prozent geholt. Boah, schlimm. Und das ist als Halter der Tiere auch einfach belastend. Also wir wollen ja auch, dass es den Tieren gut geht. Das ist unser oberstes Anliegen natürlich. Das ist wirtschaftlich belastend. Vor allem natürlich für Kollegen, die das im Haupterwerb machen, die vielleicht so überzeugt von der Sache sind, dass sie gesagt haben, ich übernehme einen Betrieb, ich nehme dafür einen Kredit auf. Und dazu kommt, also wir ziehen die Karpfen ja drei Jahre auf. Wir haben diesen dreijährigen Umtrieb. Und wenn der Otter mir meine zweijährigen Karpfen frisst, dann kann ich so viel Entschädigungsgeld in den Teich schmeißen, wie ich will. Da werden halt trotzdem keine dreijährigen Karpfen draus. Naja, klar. Das ist ein Punkt. Die Zeit lässt sich halt einfach dadurch nicht bezahlen, die dir fehlt. Und es gibt auch keine Satzfische mehr. Also die Fische, wenn fehlen, dann kann ich die letztendlich nicht nachkaufen, weil alle Kollegen das Problem haben. Achso, ja, stimmt ja. Ja, klar. Klar, ihr müsst ja von irgendwo die Satzfische bekommen. Also ich habe ja jetzt über den Christian Steinbruch, also viele kennen ihn ja in der Angelbranche vom Beauty Carps, da ist er ja bekannt wie ein bunter Hund. Er hat mich ja darauf gebracht auf euch und habe dann auch so ein bisschen auf Instagram mal geguckt und gegoogelt, was ihr alles so macht. Und ihr seid ja wirklich auch echt aktiv. Also einmal mit dem Landesverband, also Landwischereiverband, arbeitet ihr zusammen. Aber ihr geht ja wirklich nach Berlin. Ihr geht ja wirklich zur Regierung und probiert da die Probleme, die ihr habt und was ja unsere Sekundärprobleme sind in dem Fall, wirklich zu platzieren. Vielleicht kannst du da drüber mal so ein bisschen was erzählen, was ihr da schafft und was ihr da vielleicht schaffen möchtet, aber nicht schafft. Also welche Widerstände ihr da bekommt. Ja, es ist die Fischerei oder auch die Karpfenfischerei im Speziellen, das ist eine relativ kleine Branche, deswegen muss man das ständig natürlich auf sich aufmerksam machen, dass man nicht vergessen wird. Und da ist es für uns halt auch wichtig, dass wir einfach die Probleme, die wir haben, aber eben auch diese Potenziale, die in der Teichwirtschaft sind, bekannter machen. Und man muss da halt selbst vor Ort sein. Also ich war mit meiner Kollegin, der Frau Isabel Schwegl, beim Jugendpolitischen Forum, haben da eben den Bundesminister Ötz, den wir getroffen haben, ihn auch eingeladen. Er ist jetzt aber nicht gekommen, aber die Frau Dr. Ophelia Nick, das ist die parlamentarische Staatssekretärin vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Aber nicht von Bayern? Nein, vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Vom Bundesland? Echt? Wow. Also bei der Frau Karniber waren wir 23 auch, das ist die bayerische Landwirtschaftsministerin. In Bayern sind die Probleme etwas geläufiger, also da sind wir, wir und auch der Landesfischereiverband, recht häufige Gäste im Ministerium, möchte ich sagen. Aber speziell auf Bundesebene ist einfach diese spezielle Mikrostruktur, die Bayern hat und die damit einhergehenden Probleme, aber eben auch die Chancen, dass wir so ein hohes Potenzial für Biodiversität, für Wasserrückhalt und so weiter bilden, ist einfach nicht bekannt. Und natürlich sagt man dann ja, also es gibt ja auch nicht besonders viele Teichwirte und Fischwirte. Und dann sagt man ja, da müssen wir uns erstmal um wichtigere Probleme kümmern. Und deswegen ist es so wichtig, dass man ständig präsent ist, dass man sagt, ja, also uns gibt es auch noch. Und klar, wir sind nicht die größte Branche, aber wenn diese Branche verschwindet, dann verschwinden eben auch so wahnsinnig viele Ökosystemdienstleistungen, die wir neben der Fischerzeugung mit erbringen. Ja, das ist ja oft so, dass erst wenn es weg ist, merkt man, dass es weg ist, ne? Ja, also das ist in Schleswig-Holstein zum Beispiel, da haben wahnsinnig viele Kollegen aufgehört. Die Kollegen, die übrig geblieben sind, werden jetzt, also das ist noch nicht ganz durch, aber die werden jetzt dann mit einem relativ finanzstarken Förderprogramm künstlich am Leben erhalten, ne? Weil man eben merkt, so, wir brauchen diese Teiche. Ja, dabei wäre das vielleicht, hätte man zehn Jahre vorher gehandelt, wären die Subventionen wahrscheinlich nicht so hoch gewesen und das ganze Programm etwas günstiger, ne? Ja, das ist natürlich, es sind Probleme, also es sind halt mehrere Ministerien zuständig. Das Landwirtschaftsministerium ist zuständig, das Umweltministerium ist zuständig. In Bayern gibt es jetzt neuerdings auch noch das Jagdministerium. Noch einfacher, da sind jetzt drei Leute zuständig und speziell zum Beispiel beim Fischhotter, das ist eine unbeliebte Entscheidung, ne? Derjenige, der sagt, schießt den Fischhotter ab, der ist der Arsch. Der ist der Arsch. Und das will keiner treffen, diese Entscheidung. Und dann wird noch die nächsten Jahre Ping-Pong gespielt, wer da zuständig ist, dann wird nochmal geklagt und in der Zeit werden halt noch etliche tausend Betriebe aufhören. Ja, am Ende liegt der ganze Branche am Boden und dann, oh, hätte man da mal früher beigeguckt. Der Klassiker. Die Frage, die sich ja stellt, ist, wenn es jetzt nicht jemand da ist, der sagt, okay, ich will jetzt der Arsch sein, der da entscheidet, was ist die Alternative und welche Möglichkeiten gibt es? Subventionen, Förderprojekte, um Teichanlagen sicherer zu gestalten. Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit gegen den Otter? Kann man einen Teich ottersicher machen? Also es gibt Otterzeude. Otterfans. Otterfans, ja. Die sind ein wahnsinniges Schmuckstück. Die haben einen halben Meter Untergrabungsschutz und zwei Meter Höhe. Das ist eine Darina Mauer. Ja, für Fischotter. Und das Problem ist, wenn der Fischotter es trotzdem dann in die Anlage schafft, dann darfst du ihn da nicht raus entnehmen. Ach was, wirklich? Ja. Also du darfst dann dein Grundstück schützen, aber wenn er es irgendwie dribbelt, da reinzukommen, dann hast du wieder ein Problem. Das ist ja wie in den USA, oder? Also ich meine, ihr lockt die doch einfach alle rein. Ach so. Ciao, Jungs. Vielleicht kannst du als Otterberater beim Ministerium anfangen. Naja, da wäre ich, glaube ich, nicht gut. Genau, also die Zäune gibt's. Die scheinen momentan, scheint es auch so, dass die was helfen. Die sind halt wahnsinnig teuer. Also die sind, alle bayerischen Teiche zu zäunen, kostet eine halbe Milliarde. Ja, wir hatten das Thema hier vor ein paar Folgen auch, weil in England gibt's diese Problematik ja auch schon länger und da gibt's dann eine große Angelfirma, um dir das vielleicht kurz zu erklären. Die sammeln auch quasi ehrenamtlich Geld und investiert da auch sehr viel eigenes Kapital und macht sehr viel darum, um diese Teiche einzuzäunen. Die haben auch schon ein paar Teiche für, sagen wir mal, Angelvereine eingezäunt, die jetzt nicht so eine fette Vereinskasse haben, aber auch da, und die machen das zum Selbstkostenpreis, also es ist kein Business Case, die machen es wirklich der Sache wegen, aber ich krieg die Zahlen nicht mehr zusammen. Der laufende Meter, das war halt stinkteuer. Ja, war aber halt nicht teuer. Und in England hat man ja noch viele kleinere Teiche, auch vielleicht bei euch in der Zucht geht das auch noch. Nur lass so Dinger mal halt in irgendwelche großen Baggerseen reinkommen oder so. Ja, sagte sie ja gerade, ne? Das ist ja unmöglich. 10, 15 Hektar, also wenn du die einzäunst, um Gottes Willen, ne? Bist du arm, ne? Das kostet halt richtig Kohle. Und was sie auch eben meinte, dass die einen halben Meter in den Boden müssen, damit die sich drunter krabbeln und so, da musst du ja richtig, ist ja nicht so, dass gerade mal einen Zaun um den See machst, du musst ja noch in den Boden. Ja. Also ich hab das mal live in England gesehen, ich war vor sieben, acht Jahren war ich das erste Mal in England angeln, wurde ich eingeladen und dann bist du um den See rumgelaufen und zur Angelstelle musstest du dann durch so einen Zaun durch, das war so ein Gatter, ne? Und klar, ich wusste ja gar nicht, wofür das ist. Und dann hab ich das aufgelassen und dann gab es einen riesen Geschrei da, um Gottes Willen, mach das Gatter zu, der Otter, der Otter, der Otter. Wie sie bei Jurassic Park, wenn die Angst haben, dass die Raptoren ausbrechen. Ja, das ist, also die haben dann erklärt, also du kriegst dann wirklich eine Strafe, wenn das dann halt zu wiederholten mal passiert, kriegst du die Lizenz abgenommen, da darfst du dann nicht mehr angeln, ne? Die sind da ganz streng, ganz streng. Aber um nochmal ganz kurz auf den Schutz des Otters zurückzukommen, der Otter ist ja nur geschützt, weil er damals ja quasi beinahe ausgerottet wurde und dadurch ja auf der roten Liste gelandet ist und somit unter Artenschutz steht, so. Aber du sagtest ja, dass beispielsweise, wenn er so ein Gewässer plündert, die Fische ja wirklich da, ja, posttraumatische Schäden quasi von tragen, ja, das bewiesenermaßen. Ist es denn bei Kormoran auch so krass? Also habt ihr da auch Erfahrungen gemacht, dass wenn jetzt irgendwie dauerhaft irgendwie da Kormoranen in Gewässern halt rauben, dass die Fische das halt auch, sagen wir mal, nicht so verpacken? Also wir merken es schon, also wir haben Gott sei Dank keine Kormorankolonie, die dauerhaft da ist, aber wir haben eben so diese Durchzügler, die sind im Februar relativ stark und da merken wir schon, dass wenn die da sind, dann stehen die Fische ganz stark am Rand. wie wenn sie rausspringen wollen würden. Also das merken wir schon, aber eben dadurch, dass wir nur diese Durchzügler haben, haben wir nicht diese dauerhafte Beunruhigung. Also wir sagen inzwischen lieber den Kormoran, weil wir den halt auch schießen dürfen. Da funktioniert die Vergrämung auch einigermaßen zuverlässig, wie den Otter. Aber dummerweise haben wir beides. Ja, Jackpot. Scheiße. Ganz geil. Und den Graureier. Und den Graureier. Aber der macht nicht so viel, oder? Graureier? Graureier? Ja. Mein Gott. Ja, was meinst du, was der Amphibien frisst? Der Graureier. Alter. Ja, da sollen die Amphibien doch nicht sich drum kümmern. Ja, genau. Hast du mal einen Frosch neben dem Zelt gehabt, wenn du probierst, nachts zu schlafen? Weißt du, wie ätzend das ist? Weißt du, alles ruhig, auf einmal fängt einer an. Und er geht Und er geht Und er liest noch Aber das ist ja noch erträglich. Süßer Frosch. Ja. Aber um das nochmal festzuhalten, also es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man Teichwirt ist, da die finanziellen Mittel aufzubringen, um sein eigenes Gewässer ottersicher zu machen. Ähm, ja. Also ich sag's, wie es ist, ja, also das, die, gerade diese festen Zäune, die sind letztendlich unbezahlbar. Ähm, die werden mit der Hälfte mit Zuschuss über den Europäischen Meeresfischereifonds. Ähm, aber ja, also du musst 20 Jahre arbeiten, damit du den Zaun wieder herinhast. Da ist noch kein Unterhalt dabei. Nach 20 Jahren kannst du ihn ersetzen. Und, äh, man muss auch sagen, ähm, ich hatte, also, es gibt auch Kollegen, die sagen, ja, so die besonders wertvollen Bestände, das wäre es mir wert, dass ich die Schütze, beispielsweise eben die Laichfische, ähm, oft werden die Zäune nicht genehmigt aus Landschaftsschutzgründen, weil die Teiche, weil, also, man muss sagen, das FFH-Gebiet liegt da, wo die Teiche liegen. Ähm, und dann werden die Zäune teilweise auch abgelehnt. Und du willst dich auf deine eigenen Kosten schützen? Eigentlich könnt ihr gar nichts machen. Es ist ja alles verboten, ne? Ähm. Und dann wird der Zaun gestattet und ihr dürft ihn da hinbauen, da dürft ihr mit dem Auto nicht reinfahren. Doch, momentan schon noch. Bringen sie nicht auf solche Ideen. Ich habe wirklich geschuldigt. Boah. Ja, verrücktes Deutsch. Also, sorry, das ist so ab und zu, das ist so ein Lachen der Verzweiflung. Ich kann nicht verstehen, dass man so alleine gelassen wird mit so einem Problem. Wirklich nicht. Ja, also, ist eine kleine Lobby, ist, ne, ist jetzt, ne, wir reden jetzt ja nicht irgendwie von irgendwelchen Großkonzernen oder so, aber es ist so wichtig. Ja, es ist also, was wir, ein ziemlicher Problem haben ist so, auf Social Media wird ja der Otter sehr gehypt, muss man sagen, obwohl das im Normalfall der Seeotter ist, nicht der Fischotter. Da gibt es ganz süße Videos von Ottern, die haben Lieblingssteine, die sie in einer Tasche mit sich rumtragen. Ich kenne die Videos, die sind auch süß. Aber nützt es ja nichts, wenn ihr euch die Existenz wegfressen, ne? Ja, aber deswegen ist, die Kommentarspalten zu diesen Themen wie Otterabschuss oder Otterentnahme sind fürchterlich, also strotzen vor Unwissen. Ja, es ist... Der Klassiker im Internet. Leute mit wenig Ahnung, aber ganz viel Meinung sind ganz, ganz laut. Das ist ein Riesenproblem. Ja, das ist ein ganz großes Problem und deswegen, wie gesagt, traut sich da auch niemand dran. Viele, die sehr viel Meinung haben, aber ganz wenig Ahnung. Das ist immer das Problem. Ja. Aber Anna, jetzt komme ich aus dem Rheintal hier und wir haben ja auch den einen oder anderen Berufsfischer, der dann auch Fische verkauft und das ist ja wieder so ein Zwiespalt. Also ich angel halt bei uns hier in den Flüssen, Rhein und Main und die fischen ja eigentlich nur die Fische aus den Flüssen und verkaufen die an die Angelvereine. Das kann ja auch nicht nachhaltig sein, oder? Ist ja ein anderes Konzept als eures. Ihr züchtet die ja praktisch. Also ihr nehmt ja nicht einem öffentlichen Gewässer die Fische weg und buxiert die woanders hin, sondern ihr züchtet die ja selbst. Aber weil ich gehe mal davon aus, dass wenn es darum geht, dann würden die wahrscheinlich sagen, es gibt ja auch noch eine Alternative aus Großgewässern, die Fische zu fangen und die dann an die Angelvereine zu verkaufen. Aber das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein. Also tatsächlich kenne ich das gar nicht so von uns, dass quasi aus Gewässern Fische entnommen werden und die dann wieder verkauft an Angelvereine. Doch, doch. Also bei uns ist das riesig. Also der sperrt ganze Altarme am Rhein ab und also wirklich, der ist jetzt seit 10 Jahren nicht mehr da, der Berufsfischer und auf einmal blüht alles auf. Also auf einmal sind Fische da ohne Ende. Man kann wieder vernünftig angeln. Also jeder, also auf Zander, Wels, Karfen, alle Fische wieder da und in den 25 Jahren vorher war es wirklich, also du hast es richtig gemerkt. Also im Umkreis von zwei, drei, vierhundert Kilometer hat jeder Schuppenkarfen aus dem Rhein in seinen Gewässern hier. Okay, also ist mir jetzt nicht bekannt, also machen. Also ich dachte, das wäre so gang und gäbe, dass das auch so, der nennt sich ja auch dann Berufsfischer, Fischwirt und alles mögliche. Also der fängt dann auch die Kleineren und züchtet die dann, holt die Laichfische und lässt sie dann halt vermehren und verkauft die dann. Also das mit den Laichfischen, das kenne ich schon auch. Dass man quasi die Laichfische entnimmt, abstreift und dann eben die vorgestreckten Hechte machen, also in unserem Fall, dann verkauft. Das kenne ich jetzt schon, aber dass man wirklich adulte Tiere entnimmt und die dann verkauft. Aber also ich glaube dir, dass das das gibt, aber so in dieser klassischen Karpfenerzeugerregion ist es halt kein Thema. Also weil eben die Teichwirtel da sind. Aber jetzt um nochmal kurz trotzdem nochmal den Sprung zu dieser Organisation, diesen Young Fisherman zu finden. Dann nochmal kurz auf den Punkt. Also wie kamt jetzt so die Idee, diese Gründung, wie viele Leute sind da, was ist so das Daily Business quasi? Das würde mich mal sehr interessieren. Also auf die Idee mit der Gründung kamen wir tatsächlich mit einem nicht ganz so Young Fisherman, den Bernhard Feeneis, das ist der Präsident vom Verband Deutscher Binnenfischerei Aquakultur. Mit dem haben wir das so konzeptioniert, wie wir das machen können, auch, dass wir uns eben an den VDBA angliedern, damit wir uns diese ganzen bürokratischen Sachen sparen mit Vereinsgründung und so weiter, weil wir ja gesagt haben, wir wollen die Einstiegshürden so niedrig wie möglich halten. Also jeder, der sich engagieren will, der soll die Möglichkeit haben, der soll auch erstmal reinschnuppern können, ob das die richtige Gruppe für ihn ist, ob das das richtige Format für ihn ist. Genau, wir sind jetzt deutschlandweit organisiert, sind jetzt circa 60 Personen, alle entweder aktiv, also entweder Fischwirte, Betriebsleiter, Betriebsmitarbeiter, es sind aber auch Leute aus der Fischereiverwaltung dabei, es sind Leute aus dem akademischen Bereich dabei, die Forschung im Bereich der Fischerei betreiben. Genau, also das ist so unser Ansatz, dass wir die Leute relativ frühzeitig vernetzen, die eben die nächsten Jahre und Jahrzehnte die Fischerei prägen werden. Aber klingt ja schon mal gut aufgestellt für den Anfang. Wie lange macht ihr das jetzt? Also wir haben 2020 angefangen, dann kam uns natürlich Corona dazwischen, das war ein ziemlicher Dämpfer, weil es gab einfach keine Präsenzveranstaltungen, es gab keine Tagungen, es gab keine Messen, wo wir uns vorstellen könnten. In der Gründung auch Katastrophe, ne? Ja, aber seitdem läuft es eigentlich gut, also wir werden sehr häufig angefragt, dass wir Statements abgeben, dass wir aktiv auf Tagungen teilnehmen, das ist ganz gut, weil wir eben da eine Nische besetzen, so ist, dass es so diesen extra, so einen jungen Flügel vom Fischereiverband oder so gibt, dass die Nische besetzen wir. Okay, super. Gibt wahrscheinlich auch ein bisschen frischen Wind in die ganze Sache, was so anbelangt, weil das merkt man so bei den Anglern auch, sobald da ein bisschen freshere Ideen zustande kommen, dann ändert sich dann doch mal einiges, ne? Ja, also wir arbeiten sehr eng natürlich mit den etablierten Verbänden zusammen, wir haben letztendlich ja alle das gleiche Ziel, aber das Gute ist, dass die Netzwerke, die wir haben, sind halt ein bisschen anders, ne? Also wir können eben auf anderen Schienen agieren, wir können mit Social Media arbeiten, wir werden auch zu anderen Veranstaltungen eingeladen, wie jetzt zum Beispiel beim Jugendpolitischen Forum, wird jetzt nicht so der Präsident vom Landesfischereiverband eingeladen, weil der natürlich die Zielgruppe ist, aber wir können dorthin gehen, wir können da neue Verknüpfungen eben schaffen, zu auch entweder anderen Nutztierverbänden oder eben auch direkt zur Politik, also wie gesagt, bei diesem Jugendpolitischen Forum war dann der Minister auch da und die halbe Zeit, wo er da war, durfte er sich was zu fischen anhören, weil man halt dann auch so penetrant sein muss, dass man sagt, ja, das ist mir egal, dass da noch jemand anders wartet, der muss sich das jetzt anhören. Das gefällt mir. Wie ist das denn? Hört der denn da wirklich zu oder siehst du so hinter seiner Brille oder hinter den Augen, dass der so schlaft gleich ein? Es gibt natürlich solche und solche Politiker, aber also wir haben schon jetzt die Erfahrung gemacht, dass uns schon zugehört wird, dass die Probleme auch verstanden werden, aber es ist ganz logisch, dass wir nicht die Einzigen sind, die an einen Minister oder so herantreten. Der trifft jeden Tag Dutzende von Leuten, alle wollen was für ihn. Ja, vor allen Dingen wollen Politiker auch immer allen Leuten Gefallen, das ist das große Problem da dran. Genau, also wenn man die schnelle Lösung erwartet, die wird es nicht geben, das muss man ganz realistisch sehen. Kann ich mir vorstellen, aber ich denke mal auf so Messen, Tagungen, Treffen, dann lassen sich bestimmt auch gewisse Synergien erschaffen von anderen Randgruppen, die dann auch ihre Problematiken hat, wo man das vielleicht alles in einen Topf reinwerfen kann. Also mit wem wir relativ oft kooperieren auch, das sind so Sachen wie die Weidetierhalter und die Schäfer und so, weil die haben letztendlich ja die gleichen Probleme. Die sind, da heißt es, also die werden ja auch immer sehr hofiert, die haben, also auch die Schäferei, die haben auch diesen UNESCO-E-Materielles Kulturerbe-Titel, den hat die Teichwirtschaft auch bekommen und die haben aber die gleichen Probleme. Die haben den Wolf als Predator, die haben auch eine Altersstruktur für die Betriebsweiterführung, nicht ganz ideales. die haben auch extreme Mikrostrukturen, also sehr häufig kooperieren wir mit denen, weil die einfach ähnliche Probleme haben. Aber jetzt nochmal, du hast ja eben gesagt, dass das, ich muss mal zu dem Otter, da spielt mir immer noch so im Hinterkopf rum, dass der halt auch die, ich sag mal, Vögel angreift, Amphibien und so, da muss doch der NABU und der Umweltbund, der muss doch Amok laufen da. Ich meine, das sind doch ihre allerliebsten Fokustiere, die sie haben, wenn der doch da wirklich so krass Eingriff draus hat. Was hast du da, 40 Prozent sind Amphibien, die er frisst? Ja. Das muss ja Wahnsinn sein. Wissen die das? Der kann doch ganze Bestände ausrotten dann, oder? Wir sind uns selber auch oft gar nicht sicher, warum da die Verbände und auch die unteren oder die Naturschutzbehörden als Ganzes auf dem Auge so blind sind. Also wenn man das Thema anspricht, dann heißt es ja, also die Amphibien und Vögel gehen überall zurück. Nicht nur bei ihnen. Das stimmt vermutlich. Aber dass man dann natürlich das letzte Refugium, das sie haben, auch noch ruiniert, das ist eine ganz tolle Idee. Was heißt mit Refugium? Also die, nein, die Zeiche bieten ja so diese Ersatzheimat für Amphibien, für verschiedene Vogelarten und dass man dann noch sagt, ja okay, dann ruinieren wir die Teiche, nehmen in diesen Arten den letzten Rückzugsraum auch noch, kann man machen. Oder liegt das vielleicht da dran, weil der Otter ist ja tageslichttauglich oder ist ja vielleicht medientauglich ganz gut und man kann sich den so schön immer vor den Karren spannen. Aber also ich meine, oft ist ja der Hintergrund relativ einfach. Ich meine, die wollen ja Aufmerksamkeit, die wollen Spenden sammeln, die wollen ihr, sagen wir mal, machen sie auch nicht ganz umsonst, ne? Und dass sie einfach so ein Tier davor spannen und sagen einfach, ja wir tun was dafür und darauf reagieren halt einfach die Leute. Das ist immer so mein Gefühl, ne? Weil wenn ich das jetzt aus Anglersicht, vielleicht auch aus deiner Sicht als Teichwirtin sehe, alles was unter der Wasseroberfläche stattfindet, da hat man immer so den Eindruck, also jetzt wir als Angler, das ist denen allen egal. Sehen sie nicht, ist auch irgendwie auch gar nicht präsent für die. Ist einfach egal. Ja. Der Peter, der Peter hat das immer so scharf hier ausgesprochen und meinte immer, dass der Tierschutz an der Wasseroberfläche aufhört. In der Naturschutz. In der Naturschutz, Entschuldigung. Es ist doch auch so. Ja, also das Gefühl haben wir auch eindeutig, also dass die Verbände, wie du schon sagst, haben den Otter halt zum Wappentier erklärt und natürlich gehen da wahnsinnig viele Spenden auch ein und die Spender werden die dann auch zurückziehen, wenn jetzt der NABU oder so sagen würde, Otter muss entnommen werden. Dann fallen denen natürlich Spendenmittel weg und das Irre ist ja, bei den Teichwirtin wird immer argumentiert, ja, die wollen ja nur Geld verdienen, aber die Naturschutzverbände verdienen natürlich auch Geld. Ja, wahnsinnig viel Geld. Jeder will damit Geld verdienen mit dem, was er macht. So funktioniert halt unser Wirtschaftssystem. Es ist tatsächlich so, dass, ja, der Otter ist süß und flauschig und Fische eher weniger und wie gesagt, auch die Behörden sind da auf dem Auge völlig blind. Also wir haben in Tischenleut haben wir ein Bundesnaturschutzgroßprojekt Waldnappau in Hinsicht ist. Da war früher ein bundesweit bedeutendes Vorkommen des Moorfrosches. Der wird in der Leichtzeit leuchtend lila. Okay. Ui. Und, also, man kann dieses Tier nicht übersehen. So. Es ist keine, also, siehst du auf fünf... Also der Otter übersieht den wahrscheinlich auch nicht, oder? Der Otter übersieht ihn leider auch nicht. Ja, auf jeden Fall waren wir dann bei der Höhren Naturschutzbehörde, haben eben diese Problematik auch geschildert, dass einfach wirklich diese, deswegen wurde ja dieses Naturschutzgroßprojekt initiiert, um diese Art zu schützen, dass es diese Frösche nur noch vereinzelt. Ich glaube, früher gab es Tausende wahnsinniges Schauspiel, ne? Und dann sagt mir die Höhre Naturschutzbehörde, nein, nein, die sind schon noch da, die verstecken sich jetzt nur. Was? Ja, klar, das ist auch ein Argument. Ja, ja, klar, klar. Ja, klar, klar. Kennen wir. Und, ähm, die wissen das ja auch, ne? Das ist die Höhre Naturschutzbehörde, natürlich. Dagegen zu argumentieren, ist ganz schwierig, fast unmöglich. Das, ich meine, das ist ja schon, also, tut mir leid, aber das ist ja Dummheit. Ja, aber das... Also, das kannst du nicht anders betiteln, das ist wirklich Dummheit, ne? Ja, es ist schon irre und, ähm, das, äh, wie gesagt, deswegen ist Aufklärung, 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 was anderes hilft halt nicht. Ja. Aber wenn ihr euch jetzt nicht mit dem Otter beschäftigt, womit beschäftigt ihr euch noch? Ähm, ach ja, stimmt. Ähm, ähm, da wir ja die Young Fishermen sind, beschäftigen wir uns, äh, aktuell auch darum, dass, ähm, junge Fischer eben auch gefördert werden. Also, für junge Landwirte gibt es ja beispielsweise erhöhte Flächenprämien. Es gibt teilweise auch, ähm, ähm, also Beihilfen für die erste Betriebsgründung, das gibt es im Fischereibereich nicht. Also, es ist so, dass man, ähm, für Investitionen, solange man unter 40 ist, 60 Prozent Förderung bekommt anstatt 50, also da einen erhöhten Fördersatz für Investitionen. Aber so diese Förderung für junge Landwirte, wie sie im, im landwirtschaftlichen Bereich gibt, gibt es in der Fischerei nicht. Das liegt daran, dass die Fischerei auf EU-Ebene bei einer anderen Generaldirektion angesiedelt ist. bei der Generaldirektion Mare, ähm, die ist hauptsächlich, zuständig für die Meeresfischerei, Muscheln, Doraden, Wolfsbarsch und so. Ähm, und da macht die bayerische Teichwirtschaft 0,003 Prozent an Wichtigkeit aus. Ja, super. Okay. Juhu. Ähm, das ist ein Thema, wo wir sehr oft Klinkenputzen gehen. Dann haben wir jetzt momentan, äh, ist ziemlich aktuell das Nature Restoration Law, das beschlossen wurde auf EU-Ebene. Ähm, da, ähm, bemühen wir uns auch, also da handeln wir auch für die Angler, weil es ist vorgesehen, dass 20 Prozent der Landfläche aus der Nutzung herausgenommen wird. Ähm, da argumentieren wir, dass es auf keinen Fall die Binnengewässer treffen darf, weil dann der ökologische Zustand, ähm, herabgesetzt wird. Also Teiche sind ja ein nutzungsspezifisches Biotop, wenn die Nutzung aufhört, dann verschlechtert sich der ökologische Zustand, da gibt es auch Studien drüber. Ähm, da muss man einfach... Also die versanden dann und alles mögliche. Genau, die verlanden und, äh, bieten dann eben keinen, äh, Raum mehr für eben diese Amphibien, Insekten und so weiter. Ähm, das ist so ein Thema, wo wir sehr viel Klinken putzen gehen, weil es eben sehr aktuell ist. Äh, was machen wir noch? Äh, die Bio-Schiene würden wir gern ausbauen. Also es gibt, ja, diese Bio-Strategie 2030, dass bis 2030 in 30 Prozent der Landfläche biologisch bewirtschaftet wird in Deutschland. Ähm, da ist momentan bei den Fischen ganz starkes Problem, dass es keine Setzlinge in Bio-Qualität gibt und logischerweise wir dann auch keine Fische machen können. Da braucht es eine Ausnahmegenehmigung. Ähm, und das sind so Themen, die sind jetzt bei der großen Politik nicht am Schirm, weil sie eben wirkliche Nischenthemen sind, aber das, daran arbeiten wir gerade so. Also ihr leistet da quasi Lobbyarbeit in dem, in dem ganzen Bereich? Kann man das so zusammenfassen? Ja, okay. Mann, Anna, bleib, bleib am Ball, wir brauchen schöne Karpfen. Ja, bemühe mich. Schöne Zeiler und Streuschuppe, ne? Streuschuppe heißt das, hat uns der Christian Steinbruch bei ihm gebracht. Ja, ja, wobei wir machen die ganz, ganz ordinären Karpfen. Sind für mich immer noch die schönsten. Ganz, ganz normaler, das ist dein Lieblings Karpfen, ganz normaler Spiegelkarpfen oder was? Schuppenkarpfen schon auch, aber ja, ich bin tatsächlich ganz normaler Spiegelkarpfen. Die Hochrückigen, die Hochrückigen, die richtig Tüte. Ja, ohne Verletzungen von Kormoran oder Otter oder sonst irgendwelchen Viechern. Aber, aber, aber jetzt mal, also wirklich, das ist ja eine ästhetische Frage, aber warum findet man denn wirklich so einen so einen stinknormalen, einfachen Spiegelkarpfen schöner als so einen Streuschuppe? Wir unterhalten uns mit der Frau bei der Schönheit von Karpfen. Ja, ich denke mir dann immer so, du weißt, da haben ja Generationen hingezüchtet, dass die jetzt so ausschauen, wie sie jetzt ausschauen. So, das spielt ja damit rein, so dass das, so die Tradition der Teichwirtschaft. Aber du weißt schon, dass das, dass wir Angler ja dann eher auf diese Zeilenkarpfen und Vollbeschuppten, auf die Streuschuppe, Entschuldigung stehen, ne, und alle wollen sie haben. Ich weiß schon, dann, ganz, wenn wir dann beim Aussetzen sind, dann werden diese Speziellen, die werden dann einzeln fotografiert. Ja, genau. Ja. Aber am Ende des Tages ist das auch alles egal, Hauptsache schwer. Hauptsache, die wachsen in einem Jahr 20 Kilo. Wie war denn, wie war denn eure letzte Abfischung? Also wann, wann findet Abfischung bei euch statt? Also wir fangen morgen an mit den Frühjahrsabfischungen. Oh, eigentlich muss man sagen, also wir hatten früher ganz viele Kunden, die so 50 Karpfen, 100 Karpfen geholt haben. Die sind alle schon weg. Also wir haben noch zwei, drei Kunden im Frühjahr und deswegen gönnen wir uns das, dass wir auf schönes Wetter warten zur Abfischung. Und was macht die ab? Was sind das dann? K2, K3? Zweijährige Karpfen, genau. Die kommen in die Sömmerungsteiche, dass sie dreijährige Karpfen werden und dann im Herbst werden sie vermarktet. Wie gesagt, hauptsächlich an Angelvereine, teilweise im Speisefischbereich. Ah, okay. Anna, also wir haben jetzt, ich gucke mal aufs Gerät, wir haben fast eine Stunde geredet. Es geht schnell, Ja. Wir haben hier nicht so lange vor. Also wirklich extrem interessant. also irgendwie, ich habe auch wirklich so ein leicht melancholisches Gefühl im Bauch, wenn ich das alles höre. Das ist wirklich, es ist einfach schade. Ja, also ich würde euch empfehlen, die Karpfen-Tag-Regionen jetzt noch zu besuchen. Okay. Boah, das klingt aber nach Endzeitstimmung. Jetzt hat man den Finger in die Wunde gelegt. Aber wir haben ja unseren glitzekleinen Teil, es ist ja wirklich, wenn ich das höre, was da für Summen im Raum ist, unseren glitzekleinen Teil dazu beigetragen, unsere 6.745 Euro, jetzt muss ich glaube lügen, ich weiß nicht. Was macht ihr mit dem Geld? Was wir euch sehr, 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 sehr gerne gegeben haben und eigentlich müssten wir das immer machen und euch damit unterstützen, weil wir ja damit auch unterstützt werden in irgendeiner Hinsicht. Ja, also nochmal. Vor allem, vor allem, wie war es überhaupt dann auch für dich oder für euch zu hören, dass irgendwelche Karpfenangler, die einen Podcast machen, hier mit Kohle, mit Kohle um die Ecke kommen, ja? Ja, tatsächlich, am Anfang dachte ich, also weil Christian Steinbuch hat mich ja angerufen, dann dachte ich mir so erst so, hä? Oh ne, was will der denn schon wieder? Was will der denn schon wieder? Dann dachte ich mir, ja cool und ich hätte nie, also never ever damit gerechnet, dass so viel Geld zusammenkommt. Also wir wären schon mit 500, wären wir schon super happy gewesen, aber das Geld hilft uns wahnsinnig, weil wir, also wie zum Beispiel, jetzt hatten wir ja die Frau Dr. Nick da, eben diese Staatssekretärin, da müssen wir natürlich das Catering machen, wir müssen eben da, dass die Frau auch Karpfen probieren kann, dass sie feststellt, oh Karpfen ist ja lecker. Gab es dann Austern zum Karpfen oder was? Nee, Karpfenburger gab es. Schnelles mit deinem Geld. Und klar, da müssen wir die Gaststätten zahlen, dann ist es dadurch, dass sie in Deutschland weit organisiert sind. Super. Wenn es hilft, der ist ja auch zum Essen da, machen wir uns mal nichts vor. Also ich war mal in der Bretagne eine Woche, ich bin gar kein so großer Austern-Fan. Okay. Also ich muss sagen, ich liebe alles, was aus dem Meer kommt, aber Austern ist bei mir auch rum. Also das ist roh, nee, das, nee. Ich esse alles, was teuer ist. Wir waren da aber als Fischer unterwegs, auf Leerfahrt und alle Kollegen waren ganz stolz auf ihre Austern und täglich zwölf Austern bekommen und kannst ja dann eine stehen lassen. Also mir müsste man auch Geld geben, um nochmal eine zu essen, das war echt eine widerliche Erfahrung. Also, nochmal, um auf das Geld zurückzukommen. also wir machen dann eben diese, dass wir eben diese Besuche finanzieren können überhaupt, wenn Abgeordnete kommen oder auch tatsächlich, dass wir zum Beispiel nach Berlin oder München fahren können. Dadurch, dass wir deutschlandweit organisiert sind, haben wir schon oft ziemlich happige Fahrtkosten auch einfach. Ja, dafür werden wir das Geld langfristig verwenden. Also, dass wir eben diese Politikerbesuche catern können. Teilweise werden wir auch nach Brüssel eingeladen, da haben wir jetzt die letzten Male oft absagen müssen, weil es ist schon auch eine terminliche Frage, aber halt auch Brüssel ist halt einfach finanziell eine andere Nummer. Schön. Das ist aber wirklich schön zu hören. Weißt du denn, wie das Geld zustande gekommen ist? Ihr habt diese Angelrouten versteigert, ne? Ja, das sind meine Angelrouten gewesen, womit ich meinen ersten 50-fündigen Spiegelkarpfen gefangen habe. Und ich wollte die eigentlich von dem Routenbauer, der die dann veredelt hat, ja eigentlich, ja, wieder so, ja, schick machen lassen. Und der hat mich schön an der Nase rumgeführt und hat gesagt, ach komm, wir verlosen die und ich gebe dir neue. So, im Endeffekt habe ich viel Geld ausgegeben für neue Routen, aber hat ja einen guten Zweck gehabt dann im Endeffekt. Eben. Und wenn ihr von der Kohle dann eure Lobbyarbeiterleistung machen könnt, dann haben wir doch wenigstens einen kleinen Teil dazu beigetragen. Und ich würde jetzt einfach auch mal sagen, unser Kontakt endet ja nicht hier. Ich finde das Thema hochinteressant. Ich finde es auch, wie der Peter eben, der hat das Wort melancholisch benutzt. Ich finde es schon fast, also es ist erschreckend, weil ich auch noch vor ein paar Folgen gesagt habe, ich befürchte, dieses Thema wird uns noch länger beschäftigen irgendwann und dass es jetzt schon so nah ist. Einholen. Einholen, ja. Dass es jetzt schon so nah ist und dass dann auch Kollegen von uns, von Sichtungen da im Ruhrpott und so berichten und quasi da unten ein ganzer Berufszweig an der Existenz am Kämpfen ist. Ja, vor allem ein altes Handwerk, ne? Ja, ist wirklich, also, boah, das ist unschön. Und das ist jetzt noch ganz lieb und nett ausgedrückt und förmlich. Mir fallen schon wieder ganz viele Wörter ein, die man hier gar nicht sagen sollte oder überpiepsen müsste. Also, das ist hart und ich bin froh, dass wir da vielleicht irgendwie dann doch jetzt Leute gefunden haben, die mit einem frischen, jungen Elan da rangehen und irgendwie für die ganze Sache kämpfen, wo auch wir uns da als Karpfenangler in so einem Podcast vielleicht auch als letztes Licht sehen. Da geht es ja auch noch um andere Dinge. Aber ich denke, das ist ein Ding, wo wir alle zusammen irgendwie dranbleiben sollten, weil wir haben immer gesagt, so uns fehlt in vielen Bereichen eine Lobby und ihr probiert da gerade eine aufzubauen und das muss einfach weiter unterstützt werden. Ich meine, vielleicht kriegen wir es ja auch hin, jetzt durch den Link, den wir jetzt hier aufgebaut haben, auch ein paar Vereine, die euch vielleicht unterstützen, weil gerade die Vereine mit ihren Besatzmaßnahmen sind ja auch auf euch angewiesen. So, und wenn jetzt auch Leute außerhalb von uns, die sich jetzt hier sagen, wir bleiben da weiterhin am Ball, ja auch die Problematik sehen und hier hören und das wahrnehmen und da muss man jetzt auch kein Genie für sein, um da zu merken, dass da ein ganz großer Missstand herrscht und jeder irgendwie, so wie Don Ricotte gegen die Windmühlen kämpft, da braucht man einfach Unterstützung und wenn jetzt Leute Kontakt zu euch aufnehmen wollen, oder sich überhaupt mal schlau machen wollen, was ist das ja, also du hast jetzt ja schon viel erzählt, aber einfach nochmal sich online ein Bild machen, was haben wir für Möglichkeiten? Homepage, Kontaktinformationen, kannst du den Hörern hier noch irgendwie was mit auf den Weg geben, wenn man Informationen findet? Also wir sind auf Instagram unter youngfishermanvdba, dann haben wir auch eine E-Mail-Adresse youngfisherman.gmx.de oder auf der Vdba-Homepage, vdba.org, haben wir auch eine eigene Unterseite, da sind eben auch die E-Mail-Adressen, die Telefonnummern hinterlegt und gerne einfach melden, wenn jemand auch Fragen hat. Wir sind gern offen, dass wir Fragen beantworten. Genau. Anna, im Nachgang machen wir es immer so, dass wir gewisse Themen nochmal über Instagram, Social Media nochmal ein bisschen thematisieren, dass wir halt Bilder posten und so und wir werden nochmal ein Bild von uns vier machen und dann schreiben wir auch nochmal die Kontaktdaten von den Youngfishermans da drunter, verlinken die auch, dass dann alle, die sich dafür interessieren, sich dann nochmal bei euch melden können. Perfekt. Unbedingt, sehr gut. Unbedingt. Ja, unbedingt. Und liebe Hörer, eine abschließende Frage habe ich noch an die Anna. Dann mach. Was kannst du uns Anglern denn empfehlen, was wir machen können, um euch und halt auch darüber hinaus, also jetzt nicht nur die Youngfishermans, sondern halt auch die Teichwirtschaft, die Karpfenzucht, dieses Handwerk, was auch immer, in irgendeiner Form zu unterstützen. Außer natürlich finanziell. Ja, natürlich weiter Fische kaufen. Also die Angler sind ja oft auch, also die sind ja auch in den Verbänden organisiert und natürlich je mehr Mitglieder die Verbände haben, desto mehr Gehör finden sie auf der politischen Bühne. Deswegen wäre mein Tipp einfach, sich im Verband organisieren, auch wenn man sagt, ja okay, ich will tatsächlich gar keine Arbeit damit haben, also ich will da gar nicht mitreden, aber jedes Mitglied, das die haben, vergrößert den Einfluss. Das muss man ganz klar sagen. Okay. Ich meine, das spricht, oder ich meine, das bläst natürlich ins gleiche Horn, wie wir da schon seit 71 Folgen eigentlich schon immer besprechen, dass man sich einfach auch engagieren muss, weil, sag mal, jetzt aus Sicht unserer Angler hört das irgendwann mal auf. Irgendwann sind dann die Verbote so groß, dass man kaum noch angeln kann, so wie wir es jetzt tun. Ja, und die Angler, die haben ja auch richtig gute Aktionen, die sind Catch and Clean zum Beispiel. Moment, du hast es wahrscheinlich noch gar nicht gesehen, wir machen ja auch eine Müllsammelaktion, die einfach geil Müllsammelnaktion, wo sich dann auch Werbepartner beteiligen und einfach die Angler wirklich ihren Angelplatz, nicht nur ihren Müll wegsammeln, sondern auch den Müll von, ja, diejenigen, die sich mal kurz an den Ufern aufhalten oder vielleicht auch des Vorgängers, der dann einfach dem Angler, der da gerade sitzt, dann zugeschrieben wird, einfach mitzunehmen. Machen wir auch, kann man bei uns auf der Homepage, also wir machen das immer so zweimal im Jahr, dann die Bilder hochladen mit der Mülltüte in der Hand und kann dann nachher noch was gewinnen. Also ihr könnt natürlich auch mitmachen. Ja, also ja, aber solche Aktionen, das bringt dem Naturhaushalt viel mehr wie jemand, der in der Wohnung im dritten Stock sitzt und schimpft, dass man den Ort auf keinen Fall entnehmen darf. Also die Angler und die Fischer machen einfach für die Natur so viel. Und das muss man auch einfach publik machen. Genau, und das ist das Ding, das war auch unsere Idee, weil wir machen so viel Arbeitsstunden im Verein und machen, tun, aber keiner postet das, keiner trägt das in die breite Öffentlichkeit. Und das war ja unser erster Anstoß mit der Aktion, dass wir das wirklich mal publik machen, weil, sag mal, ein NABU oder ein PETA oder so, die instrumentalisieren natürlich das zu 100.000 Prozent richtig und benutzen das. Was wir nicht machen, da sind, weiß ich, auf dem Auge sind wir irgendwie blind. Ja. Alle. Leider. Aber, wir arbeiten dran. Genau. Wir arbeiten dran. Mit den Mitteln, die wir haben, die vielleicht immer mehr werden. Anna, noch eine Sache. Weißt du eigentlich, dass du die erste Frau bist, hier bei uns im Podcast? Nein, aber da fühle ich mich jetzt schon voll geehrt. Vorher, das kannst du auch sagen. Das hat es noch nie gegeben. Das hat es noch nie gegeben. Das Angeln ist ja eine Männerdomäne mit ganz wenigen angelnden Frauen. Und so ist es auch irgendwie bei uns im Podcast. Also das ist einfach so, gar keine Absicht gewesen. Also wieso haben wir noch nie eine Frau im Podcast gehabt? Keine Ahnung. Aber du bist die erste und das kann dir keiner mehr nehmen. Ja, wir können jetzt auch öfter eine einladen. Ja. Wir können das machen. Vielleicht kommst du ja auch öfter. Das hat ja gut geklappt. Genau. Und wir wissen auf jeden Fall, dass wir die nächste Folge dann einfach schon nennen, Anna die Teilschwörtin. Oder einfach nur Teilschwörtin Anna. Teilschwörtin Anna. Das klingt gut. Das könnte auch irgendwie so ein Sonntagskrimi sein. Toll, dann bin ich die Leiche. Tatort. Wasserleiche vom Otter gerissen. Ja. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Okay, Anna. Also von meiner Seite wirklich toll. Also wir sind jetzt bei über einer Stunde schon. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Obwohl du zwei kleine Kinder hast und so. Da merkt man wirklich dein Engagement in der Sache und dein Herzblut, der da drin ist. Also wirklich danke. Mach dir mal erst mal Rotwein auf jetzt. Geh jetzt ins Bett. Ja, dann auch von meiner Seite. Vielen Dank für deine Zeit. Und wir hören uns bestimmt bald mal wieder. Ich werde dafür, wir halten uns gegenseitig so ein bisschen up to date und dass wir auch die Hörer hier so ein bisschen up to date halten, was ihr dann noch so treibt. Weil, das ist eine wichtige Sache. Und nochmal, alle Leute, die es jetzt da draußen gehört haben, bei denen es irgendwie nochmal Klick gemacht hat, checkt mal bitte dann ihre Socials, meldet euch bei denen und unterstützt das in irgendeiner Art und Weise. Ja. Wie gesagt, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Sehr schön. Das freut uns. Das freut uns. Das freut uns. Alles klar. Also Anna, gute Nacht. Eine gute Nacht. Viel Spaß euch noch. Und danke. Und wir gehen jetzt kurz in die Pause und sind gleich wieder da. So machen wir das. Ciao. Ciao. Einfach geil mit Steinen angeln. Werde Teil einer wachsenden Bewegung aus tausenden erfolgreichen Steine schmeißern. Werde Teil des Fishstone Movements. Trau dich. Besorge dir jetzt deine Steinmontage auf fishstone.de. Einfacher und praktischer Umweltschutz, der Spaß macht und dicke Fische fängt. Erlesene Zutaten aus eigener Produktion auf allerhöchstem Qualitätsstandard. Das ist kein zünftiges Bier. Das sind Karpfenköder von Successful Baits. Der Köderschmiede vom Niederrhein. Unter www.successful-baits.de bekommst du alles, was das Karpfenanglerherz begehrt. Successful Baits. For your success. So, liebe Zuhörerschaft, wir sind zurück aus dem kleinen Break. Gestärkt und entleert. Ja. Achso. Ich weiß gar nicht, wieso wir jetzt lachen, aber wir hatten uns ja mal vorgenommen, nicht mehr so zu sagen. Und das ist wieder völlig... Ich fand das Wort entleert irgendwie gerade ein bisschen. Ja. Vielleicht... Ja. Also wir sind wieder zu dritt. Wir haben über uns ein schnuckeliges Drio Infernale, die Männerrunde. Also muss ich schon sagen, Anna, Respekt. Respekt. Hat Spaß gemacht. Ja, vor allem so auch das erste Mal Podcast so, ne, mit uns drei. Ja. Leichte Nervosität war vielleicht auch da. Sehr souverän abgeliefert, Anna, muss man sagen. Super. Ja, wirklich, also... Also, wie ich es eben auch schon gesagt habe, wo Anna noch dabei war, das ist echt, also, das behängt einem mit so einer Schwere, wenn man sich das alles so anhört, ne. Und diese Hilflosigkeit hat man ja wirklich richtig, hat es ja auch sehr gut transportiert, die so denen gegenüber, der Politik oder die Politik denen gegenüber äußert, ist schon echt heftig, ne. Das ist schon wirklich heftig. Und ich sag mal jetzt mal, außerhalb von dem Kreis Angler, Fischzucht, ich will nicht wissen, wie viel kleinere, ja, sag mal, Existenzen da dranhängen, die einfach probieren, irgendwie in der Politik sowas zu transportieren und einfach alleine gelassen werden. Ja, klar, gar kein Gehör finden, ne. Weil einfach uninteressant, weil einfach keine Lobby dahinter ist, weil kein finanzieller Hintergrund dahinter ist, sondern einfach scheißegal auf die Existenzen, scheißegal. Ja. Aber ich find's da wirklich auch so gut, das, was wir eben auch dann hier mit dir besprochen haben, dass dann auch dieses Geld halt in diese Lobbyarbeit reinfließt. Und dass die sich wirklich dann auf den Weg machen nach Berlin und auf EU-Ebene mit Politikern und so reden, das brauchen wir auch. Und deshalb auch hier nochmal, wir haben's eben schon mal gesagt, unterstützt das in irgendeiner Art und Weise. Wenn ihr da Ideen habt oder so, setzt euch gerne mit denen in Verbindung. Ähm, ja. Das muss unterstützt werden. Das ist so. Auf jeden Fall. So. Ich hab noch, ich hab noch, ich hab noch eben noch in der Nachbesprechung mit Anna Kurz noch eine zweite Theorie aufgestellt, wie man das Otter... Ganz einfaches. Ganz einfaches. Das ist ganz einfaches. Man muss die Otter einfach rasieren. Dann hat die keiner mehr gern. Dann hat die keiner mehr gern. Dann hat er mich letztens mit einem Kollegenbestrüber unterhalten, da meinte er auch, ey, so Tierbabys, so guck die dir mal ohne Fell an. Dann sehen die alle scheiße aus. Dann sehen die alle scheiße aus. Und ich hab leider... Aber du musst die so rasieren, dass die sich auch keinen Dutt auf dem Hinterkopf machen können und damit die Glatze verdecken können. Nee, nee, das musst du vermeiden. Und ich hab dann... Hab dann leider kein Bild mit dem Otter ohne Fell gefunden. Aber Jungs, ich hab hier... Aber ich hab hier... Guck mal, nur mal als Beispiel. So Waschbären sind ja echt... Ich find Waschbären ja selber drollig so, ne? Selbst wenn die erwachsen... Aber guck doch mal, wie die ohne Fell aussehen. So sieht ein Waschbär ohne Fell an. Nee, das ist nichts. So hart, ne? Wie so ein rasierter Sack so ein bisschen. Aber ein ziemlich gut gefüllter Sack mit vier Beinen, ey. Mit vier Beinen und mit wenig Falten. Aber ey, nehmt den Otter die Haare und ihr nehmt ihnen das alles, was sie süß macht, so, ne? Ja. Aber was ich wirklich interessant finde, nochmal so Resümee gezogen, dass die Young Fisherman das genauso sehen wie wir, dass da einfach ein süßes Ding vor den Karren gespannt wird. Ja. Wahnsinn. Krass. Das ist echt, also... Ich dachte ja immer, ich dachte ja immer, das wäre so ein bisschen Stammtisch-Polemik, aber es scheint ja nicht nur bei uns so rüber zu kommen, ne? Ne, das ist schon so. Also, wie gesagt, ich sag's noch mal, man stellt euch das Vieh ohne Haare vor, dann ist das so ein so ein aufgeblasener Balk. Der aussieht wie so eine zusammengefallene Hüftburg. Ein bisschen Hautfarben ist nicht geil. Ach Gott. Ja, ja. Na ja, komm. Kommen wir mal, kommen wir mal zu einem schöneren und ereignisreicheren Thema vielleicht, Schweders. Erzähl uns doch mal von deinem letzten Angeltrip vom vergangenen Wochenende. Arschloch. Guck mal, dann freut er sich, ne? Kann er erhaben, kann er auf meine Niederlage niederschauen. Ach, mein Gott. Also, ich hatte wirklich mal ein ganzes Wochenende Zeit zu angeln. Meine drei Ladies waren bei den Schwiegereltern und ich konnte auch wirklich früh am Freitag an den Rheinstaaten. Also, Rhein-Opening 2024. Alles hat gepasst. Wasser hat gepasst. Wetter hat gepasst. Gut vorbereitet und ich war mit meinem Kumpel Thomas da. Was soll ich sagen? Thomas hat gefangen, ich nicht. Fullblank, sagst du? Fullblank, Alter, fullblank. Und mich hat auch wirklich so dieses, die Problematik des, des Flussangelns eingeholt. Also, äh, Thomas hat tiefgehangelt und ich hab ganz flach geangelt, aber das Problem war, dass halt, ich wollte gerade sagen, jetzt wollen wir hier zahlen, 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 zahlen. Zwei Meter, zweieinhalb Meter oder so, ne? Aber mich, ich hab, zweieinhalb Meter, zwei Meter, drei Meter, das ist tief. Ja. Ja, viel tiefer geht's da nicht. Und, äh, ich hab halt ganz flach geangelt vor so überschwemmten Büschen, ne? Dachte so, ja geil, wie letztes Jahr, hat direkt in der Anfangszeit auch funktioniert. Und, äh, wie wir gekommen sind, war das Wasser noch ungefähr gleicher Wasserstand wie letztes Jahr. Über Nacht war es dann 40 Zentimeter weniger und dann waren meine ein Meter 20, waren dann halt nur noch 80 Zentimeter. Und, äh, ja, die Bäume waren auch nicht mehr so ganz unter Wasser. Also eigentlich so die ganze Attraktivität vor dem Spot war weg. Ist dir vom Wasser genommen worden? Ja, ja, aber, ah, kennt ihr so, so, so Angeltrips, wo du dann denkst, ah, du musst jetzt eigentlich was anderes machen, aber du kannst dich nicht dazu irgendwie durchringen, denkst, du musst doch da bleiben, wo du so unentschlossen bist und genauso, das war eigentlich ein scheiß Angelwochenende für mich. Thomas, wirklich super gefangen, geile Fische, also wirklich, also Wahnsinn, also echt nochmal Glückwunsch an der Stelle. Hast du nicht geil geangelt, sagst du? Ne, ich hab einfach auch nicht geil geangelt. Hast du nicht gefühlt? Ne, ich hab's auch nicht gerochen. Du musst da believen, das ist ganz wichtig, du believst nicht wieder. Du, du spätest mal nicht mehr konfident Samstagmorgen. Ich war nicht, ne, 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 ich hab's, ich, ich irgendwie, ich, ich hab auch, also ich hab auch den ganzen Samstag Zeit gehabt, ich hab auch irgendwie nicht so das Gefühl gehabt, was ich, ich hab auch keine Idee gehabt, was ich anders hätte machen können, weißt du? Warum hast du denn ein bisschen politisches Mindset bei uns geholt? Ja, Mindset. Was wollt ihr, was wollt, ja was denn, was wollen wir, ja doch, klar, wir. Was wollt, was wollt ihr zwei Forellenpuffanglern mir denn erzählen, ey? Ja, einiges. Doch, der Schwede ist wieder aller weiße, Alter, Junge, 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 Scheiße, wenn du geblenkt hast, selbst dran schuld, du Trottel. Wann anglst du auch so flach? Willst du das hören? Okay, kriegst du. Wer von euch hat denn überhaupt schon mal einen Kaffnimm reingefangen? Nö, ich nicht. Ich habe ja nicht da. Soll ich dir zwei? Ja, 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 gut. Mach die Stadt jetzt zu einem krasseren, besseren Angler. Nee, aber wieso soll ich denn jemanden anrufen, der davon keine Ahnung hat? Nee, geht schon nicht darum, dass du uns hier anrufst und wieder irgendwelche Tipps über die Rheinangelei geben. Soll ich mental aufbauen? Dein Mindset ein bisschen verstärken. Dir zeigen, dass wir hinter dir stehen, auch wenn du versagst. Genau. Du kleine. Okay, ich habe das falsch interpretiert, tut mir leid. Gut, angenommen. Das ist okay, nehmen wir an. Dann fahrer fort. Aber was ich am Wochenende immer wieder dran gehangen habe, war hier meine Fischstown-Montage, Helikoptermontage, die ich auch hier bei unserem Video hatte. Ah, Steineschmeißer Schwedis. Und wir hatten ja letztes Jahr schon mal die Diskussion, was macht ihr? Habt ihr das eigentlich jetzt mal mittlerweile ausprobiert? Oder seid ihr auch von denen, die immer da um den Stand rumtingeln und sich nicht trauen, da mal einen Stein dran zu hängen? Naja, ich würde nicht sagen trauen, aber irgendwie fehlt mir noch so so das letzte Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist aber auch so so ein grundsätzliches Problem. Man ist so in, ich würde nicht sagen, vielerlei Hinsicht so eingefahren und hat da so ein Scheuklappendenken, aber Blei gehört zum Angeln einfach wie die Schnur. So. Und diese Denkweise weiß ich ja selber ist halt glaube ich einfach im Jahr 2024 ist es völlig falsch. Ja, keine Frage, weil halt einfach da nach Alternativen schon lange geschaut wurde und Alternativen wurden gefunden und Fakt ist halt auch einfach, dass der ganze Ertrag, der da halt jährlich irgendwie im Wasser landet, was Blei angeht, halt auch einfach nicht gut ist und es ist ja schon wirklich sehr einfach konzipiert, aber ich habe mich trotzdem noch nicht durchgerungen. Aber jetzt stell dir mal vor, so vor 20, 25 Jahren, als die Fluo-Pop-Ups, also die grellen Pop-Ups rauskamen, da konnte sich auch keiner vorstellen, dass der Kaffen drauf bei ist und jetzt ist es ja ein fester Bestandteil, also ich kenne kaum jemanden, der sie nett benutzt. Vielleicht setzt sich das ja auch irgendwann mal so durch. Ich glaube tatsächlich, man muss es einfach mal machen und dann muss es auch klappen, dass du halt einfach confident bist. Ich werde euch jetzt regelmäßig mal daran erinnern. Aber Peter, ich mache euch zum Steineschmus. Ja, ja, aber ich wollte gerade sagen, Peter, ich lasse mich ja gerne von den Influenzen. Wir haben dich ja auch weit gebracht in deine Angelei, egal ob Multirektik oder sonst irgendwas. Nur dich am Rhein, Mauris. Mauris, aber... Mauris. Moräne. Moräne. Krasse Moräne. Mir fehlt aber auch ein bisschen die passende Angelsituation dafür, aber Peter, wir haben ja wahrscheinlich dieses Jahr ein, zwei Dates zum Angeln an einem Fluss. Und dann zeige ich dir das mal. Wollte ich gerade sagen, dann lass mich doch bitte live von dir da vor Ort überzeugen, weil dann macht es auch wirklich Sinn für mich die Dinger zu benutzen und dann, wenn du mir das alles zeigst, gerne. Alter, total easy. Helikoptermontage und dann einfach einen Bahndamm aufbauen. Da hast du so viele Steine, die sind alle perfekt, perfekte Größe. Ich sage dir das, ich suche jetzt meine Stellen nur nach Bahndämmen aus. Aber ich bringe dann einfach so ein Eimer voll Steine mit, die hole ich vorher woanders. Und dann, Peter, wirst du mir das ganz genau zeigen und dann lasse ich mich gerne, gerne, wenn die Angelsituation stimmt, davon überzeugen. Guck mal, wie er jetzt hier rum macht. Ich weiß ganz genau, wenn wir dann da sind, ah, nein, ich hänge da auf dem Blei dran. Nee, 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 nee. Also ich dachte nur, wenn das Wasser schnell wird, wenn das Wasser schnell wird, ich sage dir, so einen fetten halben Kilo Stein da dran zu hängen, ist das Beste, was es gibt. Das kannst du ja nur mit so einer Montage machen. Das stimmt wohl. Hat er auch wieder einen Punkt. Also Peter, ich lasse mich davon gerne von dir vor Ort live überzeugen. Ich zeige dir, ich führe dich, ich führe dich in das Steineangeln. Aber du mir auch mal zeigen kannst, auch nicht schlecht. Nutze ich die Steinmontage denn an Stillgewässern auch? Weil ich meine, ich kann ja verstehen, weißt du, wenn du in so einem starken Strom angelst und einfach weißt, so dass, egal welcher Anbieter der Bleigewichte, die ja irgendwie Blei vor die Füße wirft, so funktioniert einfach nicht, sind alle zu leicht, dass du dann halt einfach auf irgendwie große Steine ausweichen musst, um halt einfach überhaupt zu angeln oder angeln zu können. Aber machst du das denn an Stillgewässern auch? An heimischen? An heimischen, an heimischen Gewässern? Nee, ich, ja, ich weiß, ich weiß, aber ich habe mir das vorgenommen, ich meine, jetzt habe ich das mit der Helikoptermontage so gemacht, dass das echt einfach ist. Und so ein paar Stellen, da habe ich wirklich nur so 20 Meter zu werfen oder so, dann kannst du das auch geil machen, weißt du? Also nur mit dieser Schlaufe, da wo der Stein dann rausfällt. Aber jetzt wurde weiterwerfen, ja, habe ich noch nicht, muss ich mal ausprobieren. Bin ich auch noch nicht so hundertprozentig confident mit. Aber am Schluss, ablegen, perfekt. Also Peter, haben wir beide, das ist ja ein Ziel, du zeigst mir, du zeigst mir, ich zeig dir den Stein und ich meine, am Wochenende hat mir die Steinmontage auch nicht viel gebracht, das habe ich trotzdem geblankt. Aber war wirklich, wirklich einfach ein gefühltes Wochenende, einfach, das war einfach, Du musst belieben, Peter, wenn du nicht believst, dann. Not confident, not confident, also wirklich, irgendwas hat nicht gestimmt, ey, ich weiß auch nicht, ey. Ich glaube, ich habe das erste Mal geblankt am Rhein, also jetzt seit den letzten Jahren. Aber auch Luxus, auch Luxusprobleme, ne? Das erste Mal am Rhein geblankt. Ich habe nur Luxusprobleme, weißt du da? Ja Jungs, was war mit euch? Wart ihr angeln oder seid ihr immer noch, sitzt ihr immer noch vor der Heizung? Ja. Oh, ich war letzte Woche, also ich war nicht Karpfenangeln, aber ich war echt oft mit der Dropshot-Route unterwegs, um meine Dropshot-Skills zu verbessern, aber war nicht so erfolgreich. Dropshot-Skills, also Arbeitszeit in deiner Raubfischkarriere, ja? Ich werde ja, nicht Karriere, die Karriere steht schon, ich werde eine Legende. Das ist aber ganz wichtig. Ich werde eine Legende, ich habe auch schon die ersten Joker-Baits-Prototypen an Jerk-Baits und Wobblern und so in der Produktion, ich werde eine Raubfisch-Legende. Ich meine nämlich auch in der holländischen Regionalpresse gesehen zu haben, da sind die schon ein Fundament, die haben sie schon gegossen, oben am holländischen Delta, wo du mit so einer Statue, mit so einem Barsch in der Hand. Du wirst so eine Legende wie Eddie the Eagle. Kennst du noch Eddie the Eagle? Kennst du ihn noch? Das war der schlechteste Skispringer, den es jemals gab, irgendwo aus Irland. Da gab es nur einen Skispringer in Irland und das war Eddie the Eagle. Okay. Ja, egal wie ich so eine Legende werde, hauptsächlich. Und der hat sich immer geärgert, wenn er nicht letzter geworden ist. Echt? Aber das war sein Ziel? Ja. Nee, ich bin da anders. Ich werde jetzt hier, ich denke mal, ein, zwei Jahre noch, dann YPC, ganz vorne mit dabei und danach werde ich dann... Ja, mit so einem eigenen Boot, Alter. Ja, ich denke schon. Ich sehe mich da. Und dann werde ich in einem Abendzug hier mit Uli Bayer und Dittmar Isaias genannt und so. Dann werden sie sagen... Machst du ein Tandem mit dem, ja? Ja, das wäre noch ange... Uli Bayer fände ich schon cooler. Muss ich ehrlich sagen? Ja, ja. Wollt ihr auch mal die Routen tauschen? Nee, nee, das ist schon in Ordnung. Der hat seine, ich habe meine, das läuft. Ja? Nach dir werden sie wahrscheinlich sogar so einen Cup ändern. Ey, das wär's. Der King Maui Predator Cup. Wow. Gut, gut. Ich fühle das. Ich seh das auch. Also wenn's beim Karpfenangeln nicht klappt, wird man zum Graubfischangeln. Ach, weh, das halt deinen Mund. Komm mal hier in Westerwald, da kannst du mir mal zeigen, was du Karpfenangeln kannst. Alter, ich hab jahrelang da oben gewohnt, also ich bin ruhig ja da weggezogen. Und was war da? Ja, man kann's sagen. Und wo waren die glorreichen Momente? Naja. So, kommt, ihr Äffchen. Wir gehen mal rüber zur Hörerfrage. Ist es schon nochmal der Marian seines Amtes walten als Hörerfragenminister? Ihr könnt euch sicherlich alle noch erinnern, was es in dieser Folge zu verlosen gibt. Falls nicht, werde ich euch gerne nochmal auf die Springer helfen. Wir haben noch von Successful Baits ein großes Baitpaket. Das hat der Tammo uns mit Christian zusammen da zur Verfügung gestellt. Und zwar von den Ferminellos. 5 Kilo, Mixpack, 14, 18, 24 Millimeter, Liquid, Stickmix, Boileteig und, und, und. Das volle Programm. Und die Hörerfrage, die wir für die 71. Folge gepickt haben, die kommt jetzt. Die Hörerfrage. Moin Kapitäne. Ich bin Matthias und komme aus dem Erzgebirge. Als erstes möchte ich euch für eure Unterhaltung und Content danken. Macht bitte weiter so. Das war ein netter Einstand für eine Hörerfrage. Ja, machen wir. Machen wir. Danke, Matthias. Ja, vielen, vielen Dank. Och, wie lieb ist das denn? So, nur zur Frage. Ich selber habe bei, oder ich selber habe, Entschuldigung, im dunklen Osten die Erfahrung gemacht, dass man als junger Angler von den alten Hasen doch immer eher belächelt wird. Diskussionen wie zum Beispiel Gesetzesanpassungen, Angeltechniken oder Veränderungen im Gewässer, wodurch sich andere Fische gegenüber anderen eher durchsetzen, als andere einfach wegbelächelt werden. Dann folgen Aussagen wie, das war schon immer so und das bleibt so fertig. Früher war alles besser und vieles mehr sind die Folge. Wie seht ihr den Kampf der Generation in unserem Hobby und wie sind eure Erfahrungen? Liebe Grüße aus dem Erzgebirge. Haben wir eben noch mit Anna drüber gesprochen. Ja, geht in die Richtung. Diese Generationen austauscht, ne? Ja, ja. Also der Matthias heißt bei Instagram Matscher, Matze und ich denke, wenn er die Folge hört, dann wird er sich an seine Frage erinnern. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem großen Bait-Paket. Ja, Glückwunsch, genau. Von Successful Baits. Schönes Frühjahrs-Startup-Paket, ne? Jawollo. Meld dich bei uns und ja, wir machen alles Weitere. Ja. Was sagst du? Ich würde euch erstmal gerne erklären, wie war ein Auto rasiert? Ja, komm, auf. Witze. Ich will Witze gegen mich. Sind wir eine Generation oder bin ich eine Generation älter als ihr? Also wir beide sind auf jeden Fall eine Generation, Peter. Nö. Ja? Warum nicht? Wo ist die Trennung? Also ich würde dich auch eher zu Marian generieren. Echt? Als zu mir, ja. Du bist doch näher an Marian dran als an mir. Wie alt bist du jetzt? 28. Na siehste. Okay, stimmt. Nicht 32. Ja, okay, stimmt. Okay, lass mal so stehen. Danke dafür. Bist du doch nicht böse gemeint. Nein, ich dachte, danke dafür. Ich hätte mich jetzt eher zu dir gezählt. Weil wir beide so ein bisschen doch schon eher diese du noch viel mehr wie ich diese Anfangszeit da mitgemacht haben. Dieses ganze Oldschool-Karpfen-Ding. Ich hätte jetzt eher gedacht, ich bin da bei dir. Aber, wenn du mich eher zu Marian zählst. Ist ja auch egal. Vielleicht kann ich, also ich sag mal, ich zähle mich jetzt mal zum älteren Eisen, nicht zum alten Eisen, zum älteren Eisen, sag ich mal. und man bekommt schon manchmal die Anwandlung, also jetzt mal abgesehen vom Angeln, dass man schon irgendwie so ein bisschen der Besserwisser wird, weil man schon alles gesehen hat, meint alles gesehen haben im Leben. Aber, ich glaube, jeder, der selbstkritisch sich gegenüber ist und auch, sag ich mal, interessiert an Menschen ist, dem ist auch egal, wie alt derjenige ist, der da irgendwas Cooles gemacht hat. Oder Cooles macht. Also, was? Du nicht. Nee, ich nicht. Ich nicht. Ich lese das auch gerade ab. Hat der Gätschreiber wieder zugeschlagen. ChatGPT. 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 Spuckt mir eine gute Antwort auf diese Frage ab. Ohne Arroganz zu klingen. Ja, genau. Okay, ja, ich meine, ich glaube, ich muss mir das gefallen lassen, weil, sag ich mal, die Anwandlung habe ich ja und dessen bin ich, bin ich mir auch sehr bewusst, aber trotzdem, ich muss sagen, ich kenne einen sehr jungen Angler, den habe ich kennengelernt, der war noch nicht mal 18 und vor dem habe ich wirklich tiefsten Respekt, weil das ist wirklich so ein, ein, ein Vollblutangler, der sich wirklich so da rein arbeiten kann und wirklich auch viel besser angelt als einer, der jetzt sagt, ah, ich angle seit 35 Jahren auf Karfen, ich habe schon alles gesehen. Nee, du kannst nicht alles gesehen haben, weil es sich, weil alles ist ein Wandel, ne, klar, es wiederholen sich Dinge, aber es werden aber auch neue Dinge erfunden. Guck mal, es gibt Flow-Popups, es gibt Spinner-Rig auf einmal, es gibt, es gibt, grüne Safety-Clips. Grüne Safety-Clips, also was sich alles, was sich alles geändert hat, was, was vielleicht, also, wenn ich jetzt mal 25 Jahre zurückdenke, völlig undenkbar gewesen ist, dass man da mit Karfen fängt, ne, also es ist sehr, sehr vieles, was, was einer möglich gemacht hat, ohne mal auf die Alten zu hören und ich meine, jetzt muss ich nochmal so die Runde, was, was mir immer so heilig war, wenn ich an ein neues Gewässer gekommen bin, nicht da drauf zu hören, was die alle machen, was gibt's da für Fische, wie angeln die, wo drauf beißen die, die Karfen, sondern halt meine eigene Erfahrung machen und das ist halt das, was, sag mal, der, der Jugend, also, sag mal, die Älteren der Jugend auch den freien Lauf lassen sollen, weil, sag mal, wann, wann macht man einen Fortschritt, wenn man nicht in die Fußstapfen seines Vorgängers tritt? Boah. Der Text ist safe, der Text ist safe vorgeschrieben, klar. Jetzt sagt er noch, jetzt sagt er noch Kaizen, Kaizen, Kaizen. Der Grundansatz, der Ansatz, nicht der Grundansatz, der Ansatz ist eigentlich genau richtig, das hab ich ja auch schon so oft gesagt, man steht sich oft selbst im Weg, durch dieses, ich mach das auch schon so lange, und was willst du mir erzählen? Und es ist bei Anglern ja, das hab ich auch über diese, jetzt glaub ich zwölf oder dreizehn Jahre, die ich beruflich in dieser Branche tätig bin, gemerkt, die wenigsten sagen dir am Ende, oh, danke für den guten Tipp. Die sagen immer, ja, wusste ich eh alles schon selber, hab ich alles eh selbst erfunden. Und dem wird also dieses, dieses auch mal Props geben und sagen, ey, da hat mir mal einer, äh, was gezeigt, was mich irgendwie anglerisch weitergebracht hat, ob der zwölf oder zweinsiebzig ist, das ist mir doch egal. So gehe ich das schon, nein, nein, das machen die wenigsten, aber so gehe ich schon immer durch mein ganzes Leben. Ich beurteile Menschen nicht danach, wie alt die sind, vielleicht setze ich hier und da ein paar andere Kriterien an, aber das ist egal. Irgendwo kann, kann da jeder was mitnehmen und ich glaube sogar, dass ein Anfang-zwanzigjähriger, der seit der zwölf, dreizehn ist, komplett reingesteigert angelt, besser ist, wie jemand, der das seit 30 Jahren macht, der ab und zu mal ein bisschen angeln geht. Das hat auch immer viel, besser sein kann. Ja, genau. Das hat immer viel mit, mit, wie oft machst du, das ist so ein bisschen wie beim Sport, beim Angeln ist es jetzt ein bisschen, da geht es jetzt ja nicht unbedingt um körperliche Fitness, aber desto intensiver du etwas betreibst und desto mehr du dich für irgendwas interessierst, kann auch derjenige einen guten Ansatz haben. Der wird wahrscheinlich nie jemand, der das, wo wir das so intensiv betreiben, der das, ich sag jetzt mal ganz blöd, wir machen das jetzt seit 20 Jahren intensiv, der macht das seit drei Jahren intensiv, der wird das, der wird an diese Knowledge nicht rankommen, aber auch der hat einen guten Ansatz und selbst wenn das nicht so intensiv war und hat eine gute Idee, einfach mal diese Scheuklappen ablegen und auch mal sagen, ey, weißt du was, das macht Sinn und ich hab so ein paar Momente gehabt in meinem Leben, wo so Dinge, die komplett logisch sind, die eine nochmal auf eine andere Art und Weise erklärst und du dann denkst, oh, weißt du was, ja, wie kannst du da widersprechen? Da gibt es natürlich noch die Leute, die bei allem widersprechen wollen, die werden eh mal sagen, nee, ist nicht so und probieren es dann selber aus und erzählen, als hätten sie es erfunden aber ich glaube, da muss man einfach ein bisschen offener sein, was das anbelangt. Ich glaube, wichtig ist auch an der Sache, ich meine, du kannst ja so offen sein, wie du willst, wenn dein Gegenüber das auch dementsprechend reflektiert, ne, also wenn du jetzt einen jüngeren hast, der arrogant rüberkommt oder einen älteren, der arrogant rüberkommt, da treffen natürlich dann zwei aufeinander, das ist auch schwierig, ne, aber ich meine, in der Regel ist es ja so, dass ein Jüngerer eher Respekt vom Alter hat, ne, warum auch immer, ne, muss nicht sein, aber wenn halt ein Jüngerer gegenüber einem Älteren halt arrogant auftritt, finde ich auch manchmal ziemlich krass, ne, weil, ich meine, wenn man schon, also, man hat ja automatisch, wenn man länger angelt, ein bisschen mehr Erfahrung, ne, jetzt sollte der Ältere natürlich nicht darauf pochen und sagen, hey, deswegen habe ich recht, aber, ich meine, ein bisschen was hat man schon erfahren, ne. Ja, das ist ja wie so auf dem Leben, der Ton macht die Musik, ne, wenn du jetzt natürlich da stehst, Alter, raffst du das nicht, das mache ich schon seit drei Jahren so, mach doch auch mal, ne, 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 gehst du auch wieder anders so da ran, wenn du es vernünftig erklärt bekommst, so wie du eigentlich. Moment, ich muss mich verbessern, also, wenn der Jüngere macht, als hätte der das Rad erfunden, auf dem der Ältere schon seit 30 Jahren fährt, ist es eine komische Situation, so ist es eigentlich eher richtig ausgedrückt. Aber das beide vernünftig erklären, also eigentlich so, wie du einem Jüngeren das Angeln erklären würdest oder eine gewisse Taktik, ein Rick, was auch immer, wenn der Junge dir das genau so erklärt, in einem vernünftigen, nicht überheblichen Ton, warum nicht einfach mal, auch wenn du nur drüber nachdenkst und das ist auch schon einige Folgen her, ich habe auch gesagt, wenn mir vor fünf Jahren einer so einen Spinnerick gezeigt hätte, hätte ich ihm eine Schelle gegeben, hätte ich gesagt, verpiss dich mit dem Klimbim, so, was willst du damit? Mittlerweile angle ich sehr viel damit und da muss auch seinen eigenen anglerischen Kosmos da mal ein bisschen aufmachen, auch Pop-Up-Angelei, was seit dem Shot-Trick passiert ist die letzten Jahre damit, das war doch früher nie so ein Thema. Nie? Nie? Ja, oder Steine. Multirick. Oder Steine statt Bleie. Achso, wieso? Nein, das ist so, das hat schon... Aber ist halt auch das beste Beispiel, ne? Ja, du bist halt ein bisschen festgefahren in gewissen Dingen, aber... Voll, voll, aber wie viele, wie viele, also ich sag mal, wie viele Vereine hast du denn halt auch einfach diese Problematik? Also das ist nicht nur ein Verein, sondern einfach in jeder, jeder beschissenen Region, an jedem Tümpel hast du das halt, dass halt oftmals da Kleinkriege irgendwo entstehen, zwischen alt und jung, weil alt halt einfach in vielerlei Hinsicht so ein Scheuklappendenken an den Tag legen und halt einfach mit Veränderungen und moderner Art und Weise nicht zurechtkommen. Und es einfach nicht wollen, einfach nicht wollen und halt so stur und wirklich da einfach nur, es gibt halt nur Schwarz und Weiß, Punkt. Es gibt nichts dazu. Das sind halt Egos, das sind halt Egos, die ja aufeinandertreffen und dann ist der Ältere sagt dann, hey, mein Ego ist halt schon älter als dein Ego und hat mehr Rechte anscheinend, ne? Ja, aber das ist doch... Das ist Blödsinn. Ich finde, das ist Blödsinn. Ich hatte mit meinem Vater auch die Diskussion, mein Vater sagt, ich bin 64, ich brauche mich nicht mehr ändern. Was? Natürlich. Ja, ändern heißt ja eigentlich gar nichts Schlimmes. Man denkt erstmal, oh, ich soll mich, ne? Veränderung heißt ja auch Mensch sein, so, ne? Wenn du, wenn ich jetzt noch so wäre wie mit 18, dann hätten wir auch alle ein Problem. Ja, ja, aber dann einfach zu dem Thema, das war schon immer so, also bleibt das auch so. Ja, da ist aber wieder diese zwei Paar Schuhe, wo wir jetzt vielleicht überlegen müssen, du hast einmal diese Vereinsgeschichte oder dieses, erstmal überhaupt diese Angelpolitik, so, das war schon immer so, das bleibt auch immer so oder wie der Angler mit dem anderen Angler redet, so. Im Prinzip kommt ja das Gleiche drauf raus. Da musst du gewisse Regeln einhalten oder es gibt ja gewisse Gesetzmäßigkeiten, die du einhalten musst, aber im Endeffekt kann man auch selbst die hinterfragen, sind die denn überhaupt noch zeitgemäß? Du kannst die ja nicht nur hinterfragen, du kannst es auch ändern. Du kannst sie auch einfach wegpushen, wenn du willst. So, das geht ja alles. Ja, wenn alle sich einig sind, kannst du das machen, klar. Ich meine, es gibt für einen Verein gewisse Vorgaben, dass es ein Verein ist, klar, die musst du machen, aber ich meine, die Welt hat sich seit dem, ich glaube, Vereinsgesetz, was in den 50er Jahren rausgekommen ist, glaube ich, auch ein bisschen verändert. Ja, da dreht sich was. Also, ich glaube, der Mann kommt nicht mehr um halb vier von der Arbeit und den Rest macht die Frau und hat danach dann Zeit, sich in der Kneipe oder im Anglerheim zu treffen. Das ist halt alles ein bisschen verändert jetzt heutzutage. Aber Marian, du als Klassenjüngster, was sagst du denn dazu? Ja gut, ich führe gerne Diskussionen auf Augenhöhe mit meinem Freund Maurice, mit dir nicht, weil du halt einfach ein arroganter alter Pimmel bist, für den es halt nur schwarz und weiß gibt. Nein, um Gottes Willen. Von dir lasse ich mir das gerne sagen. Nein, also, ich, ich, ich selbst. Die Maren zieht das anders. Das ist aber auch sein Joker, seit wie viel, vor wie viel Folgen hat er eigentlich damit angefangen? Ich weiß es nicht, aber der kommt immer gut. Der kommt aber gut. Ne? Der ist, ich weiß auch, ist doch scheißegal. Ja, dann ist wie der 50. Aber coolerweise lacht der Marian immer da drüber. für sich schon, das wird auch egal. Marian, du dürftest das. Marian, dann ist wie der 50. und so 50. Wenn er einmal einen Treffer hat, dann muss er halt ausreiten, bis ans Ende. Das stimmt. So kennen wir ihn. Das stimmt. Das stimmt. Zur hundertsten Folge, erzähle ich dir nochmal. Also, jetzt, klar, bin ich der Jüngste, aber auch ich, habe diese Problematik in all den Jahren, in jedem Verein, Jahr für Jahr erlebt. Weil du das, auch meiner Meinung nach, Jahr für Jahr halt einfach gezeigt bekommst, auf Jahreshauptversammlungen, wo irgendeiner in irgendeiner Form irgendwie eine Veränderung reinbringen möchte, durch irgendwelche Anträge. Und die, die halt das ganze Jahr über nicht irgendwie an den Gewässern irgendwie Zeit verbringen und irgendwie angeln gehen, sondern wirklich nur bei diesen Jahreshauptversammlungen und beim Sommerfest irgendwie vor Ort sind. Und beim Forellenbesatz. Oder beim Forellenbesatz. Genau so, ja. Das sind dann halt diese drei Events im Jahr. Ja, und dann halt wirklich über die Zukunft der einzelnen Gewässer und sowas halt mitentscheiden dürfen und so halt wirklich aktiven, jungen Anglern da extrem viele Steine in den Weg legen für halt auch die eigene Entwicklung anglerisch gesehen. Und ja, es ist nichts Neues. Es ist, also ich behaupte nicht, dass das ein Kampf gegen Windmühlen ist, weil es halt einfach oft ja, an der Kommunikation einfach scheitert. Vor allem glaube ich auch einfach an der Art der Kommunikation mit diesen Alteingesessenen. aber es ist trotzdem glaube ich jede Diskussion wert, um da halt einfach zu schauen, so okay, das entwickelt sich halt hier in eine völlig falsche Richtung und wir müssen halt einfach vielleicht einfach mal andere Weise, andere Schritte gehen in eine andere Richtung und da halt einfach versuchen, okay, wirklich Überzeugungsarbeit zu leisten. Und ob das mit irgendwelchem Reglement zu tun hat, dass jetzt auf einmal die Alten sagen, nee, keine Ahnung, hier Futterboote, sowas gibt es hier nicht. der ganze Moderne oder, also weiß ich nicht, die Argumentation fehlt halt oft. Die, die pro sind, die dafür sprechen, ob es jetzt halt wie gesagt für solche Sachen sind oder was auch immer, die Argumentation ist halt oft deutlich besser, aber es wird halt trotzdem von den Oldies halt einfach komplett abgeschmettert. Und das ist halt einfach ein großer Problempunkt, den ich sehe, was halt auch den Nachwuchs in Vereinen halt einfach auch nicht fördert. Weil wer hat natürlich dann auch Bock zu sagen, ich habe die Muße, zum Beispiel jetzt auch Vereinsarbeit zu leisten, wenn ich da gefühlt, ja, ich sage mal, nur Kämpfe gegen und in den eigenen Reihen halt führe. Also ich habe da eine kleine Geschichte aus unserem eigenen Vereinsleben, da ging es darum, ob wir jetzt Boote erlauben oder nicht und da meldet sich einer, ja, Modell, ich sage mal, Ende 60 und sagt so, äh, wir haben seit 40 Jahren hier kein Boot gehabt, wir brachen hier auch kein Boot. Ich habe das mal ausprobiert, also ich kann mal übersetzen, ich habe das mal ausprobiert, nach zwei Stunden tut dir so der Rücke weh, das bringt nichts, also brauchen wir auch kein Bode. Das ist auch ein Argument. Und jetzt Schluss hier mit der Diskussion. Und das ist, das ist also, ich glaube, diese drei oder vier Sätze, die der da hin erbrochen hat, ne, die waren so bezeichnend dafür, für dieses, ich sehe das nur aus meiner Position und alles andere ist mir egal, das kannst du eigentlich in Duden schon da reinschreiben. Wir haben es jetzt so ein bisschen aus der Sicht beleuchtet, Angler rede mit Angler, Angler kämpfen in ihrem Vorstand, zu diesen Angler kämpfen in dem Vorstand will ich auch echt hier nochmal sagen, zum wiederholten Male, mit einer guten Truppe ist das lösbar alleine schwierig. Ja, und ich meine, ihr braucht ein bisschen Rückhalt, ihr müsst ein bisschen Politik machen, mit den Leuten reden, die abholen und alleine ist es wirklich schwierig. Das ist so. Wenn du mit der guten Truppe bist, kannst du auch ein bisschen was bewegen und ich habe auch schon ein paar Vereine erlebt, wo die Alten auch gesagt haben, ey, jetzt ist mal Zeit für den Generationswechsel, ist auch selten, die halten oft an ihrem Amt fest, als wäre es das Letzte, was sie noch hätten. Ist auch meistens. Ja, ist auch leider meistens so. Ja. Aber auch da kannst du mit den richtigen Leuten mit dem gewissen Druck was aufbauen, weil wir sind ja immer noch in einem demokratischen Land und am Ende entscheidet die Mehrheit. Du musst halt einfach nur gucken, dass du die Mehrheit irgendwie für dich begeistern kannst und ich habe schon einige Vorstände fallen sehen von Vereinen und das ist schon machbar, wenn man es will und sich ein bisschen formiert. Ja, und man muss halt auch einfach sagen, dass dieser Generation... Zu was rufst du gerade auf? Ja, zur Revolution in den Angelvereinen ruf ich hier auf. Alter, Revoluzzer aus Harenburg, ey. Habe ich schon mal gesagt. Ich habe das schon mal gesagt, wenn Leute da Probleme haben oder was wissen wollen, dass ich gerne bei mir melden muss. Es waren schon ein paar, die sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, ey, wie gehen wir das an und ich helfe da gerne, weil ich es selber schon gemacht habe, ich das selber schon erlebt habe und wenn du einfach eine gewisse Manpower hast und Argumente hast, dann kriegst du auch am Ende auch noch die Alten überzeugt. Man muss es sich nur mal trauen. Stürzen. Stürzen. Maui, du hast schon mitgekriegt, dass sie gerade so die letzten untergetauchten RAF-Terroristen aushebeln. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ich klingel es bei dir. Ja, Gott sei Dank. Naja. Ja. Also. Jungs, eine glorreiche Folge liegt hinter uns. Jawollo. Für die nächste Folge. Ja, ich wollte gerade sagen, für Folge 72. Was gibt es denn da zur Hörerfrage? Herr Hörerfragenminister Sura von und zu. Richtig, richtig geilen Scheiß. Und der gute Heiko, Heiko Bröcker von der Caravan-Welt. An dieser Stelle schöne Grüße in den kalten Norden. Heiko. Heiko, grüße. Der Heiko hat uns eine Kompressor-Kühlbox von der Firma Jolko zur Verfügung gestellt. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht, die hatten wir bei der Einfachgeil Müllsammel-Aktion. haben wir bereits so eine Kühlbox verlosen dürfen. Und jetzt hatte er noch mal gesagt, so passt mal auf Jungs, wenn ihr Bock habt hier. Ich habe hier noch eine. Ja, 29 Schlitter, olivgrün mit 12 Volt, 24 und 230 Volt. Geiles Teil. Und ja, was soll man da noch groß mehr zu sagen? Hattest du die bei dem Trip auch dabei? Nein, wir hatten ja in unserem Wohnmobil einen großzügigen, beidseitig zu öffnenden Kühlschrank. Wie er grinst. Wie er grinst. Der reiche Camper, hey. Ohne Scheiß. Gefühlt auf den letzten drei Tagen haben wir jetzt herausgefunden, dass du den Kühlschrank beidseitig öffnen kannst. Auf den letzten drei Tagen. Geil. Voll geil. Nee, tatsächlich nicht. Eine Kompressor-Kühlbox. Aber ich kenne genug Leute, die eine Kompressor-Kühlbox haben und eine Kompressor-Kühlbox ist halt einfach geil. Die kannst du halt auch einfach mit so einer Powerbank halt bedienen. Also mit so einer großen Power, wie sagt man, Powerstation oder sonst was. Und sind wir uns doch, glaube ich, mittlerweile einig. Es gibt doch nichts über kalte, perlende Getränke am Wasser. Beste. Oder eiskalter Nudelsalat. Amaui. So eine Riesenportion, oder? Die tut gut. Weil der reicht ja ein Eiswürfel, um den abzukühlen. Keine Sorge, Schwede. Dann kommt noch der Tag, der Verschluckst du nicht daran. Versprochen. Wenn ihr auf jeden Fall Bock habt auf eine Kühlbox im Wert von über 300 Euro, dann schickt uns coole, interessante Hörerfragen. Und nochmal, liebe Caravanwelt, vielen, vielen Dank für den echt geilen Hörerfragenpreis. Vielen Dank, Caravanwelt und auch Heiko. Mega. Dickes Danke. Muss ich mir mal angucken, das Ding. Hört sich gut an. Marian. Wir sehen uns morgen am Flughafen. Caravan, wir sehen uns morgen um 11 Uhr, nee, um 12 Uhr am Flughafen. Wir sehen uns am Flughafen. Wahnsinn. Danach ich dann, wie gesagt, nach Lanzarote eine Woche, Peter ist dann auch weg. Da müssen wir noch irgendwas dazwischen schieben hier, ne? Ja. Wir haben schon leichte Pläne, was genau wissen wir noch nicht, was er schon in der nächsten Folge hier erwartet. Aber Peter Schwedes wird leider mit Abwesenheit glänzen und ich und der Marian lassen uns irgendwas einfallen. Wahrscheinlich werden jetzt die Hörerzahlen nach oben gehen. Wenn du weg bist, geh ich schon aus. Also was dann da als nächste Folge kommt, sehen wir dann. Wir schauen. Irgendwas machen wir schon. Schauen wir mal, was wird. Also. Ich verabschiede mich in meinen wohlverdienten Urlaub. Ja. Schönen Urlaub. Erhol dich. Und mach ich. Kann mir auch mal einer schönen Urlaub wünschen jetzt oder was? Ich werde euch nicht vermissen. Ja, du bist doch nur zwei Tage weg in Lanzarote. Ja, ist schon eine Woche. Eine Woche? Echt, eine Woche bist du weg? Ja, meinst du, ich fliege zwei Tage in Lanzarote oder was? Maui, dir auch. Einen schönen Urlaub. Danke. Viel Spaß in der Sonne. Ich werde an euch denken, wenn ich nächste Woche bei acht Grad kaltem Wasser in der Nordsee stehe. Ich schicke dir ein Foto vom Strand mit so einem schönen Cocktail. Erholt euch. Habt euch verdient. Also Maui, du auf jeden Fall. Ja, da gibt es endlich wieder Margaritas zum Frühstück. Ich schicke euch dann Bilder aus Thailand. Ja. Bis zum nächsten Mal. Es war mir wie immer eine Ehre. Bis bald. Bis bald. Ciao. Der 72. Ciao, ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei eurem KAPI Podcast. Bis bald. 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 Vielen Dank.